Es ist 23.35 Uhr. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Todesstern-News. Heute mit Captain Cassian Endor und mir. Ich bin Jyn Erso. Herzlich willkommen zu unserem unendlich ausführlichen Spoiler-Talk, Analyse, Easter Egg. Wir haben alles gesehen und wissen alles über Rogue One Video. Genauso wird es dann auch heißen. Das Video geht genau so lang, wie es hier unten irgendwo steht. Jetzt habe ich schon gereinigt. Was? So lang? So lang geht es bis hier hinten. Warte, ist das auf YouTube dann? Ja, ich glaube bis hier hinten. Bis hier irgendwo hingeht das Video. Oder bis hier. Ich zeige dann auch mal zur Sicherheit hier hin. Stopp, hier ist doch jetzt alles gespiegelt, oder? Ach, ist egal. Herzlich willkommen zu unserem Spoiler-Talk zu Rogue One. Wir haben den Film jetzt ein zweites Mal gesehen. Nochmal in Originalfassung mit Untertiteln. Also englisch logischerweise dann. Weiß man ja nie so bei Star Wars Filmen. Ich frage erst mal meinen Rebellionspartner, Markus, Doktor, Markusien, Endor. Doktor? Ach, scheißegal. Ich rede mich wieder um den Kopf und Kragen. Hast du bei Endor gesagt? Ja, Kessien, Endor, Markusien, Endor. Sorry, ich bin bei Endor. Das hat mich gestern schon immer wieder verwirrt. Was hast du nach der zweiten Sichtung ergänzend zu unserer Review zu sagen? Und darauf verweisen wir. Und jetzt, bevor du anfängst, Spoiler. Wir spoilern den kompletten Film. Deswegen heißt nämlich unser Video, Achtung Spoiler, Spoiler-Talk. Prinzipiell bleibe ich relativ bei dem, was ich gesagt habe in der Review. Das Einzige, was ich ein Stück weit revidiere, ist, dass ich in der Review gesagt habe, ja, es gibt manchmal Momente, wo ich weiß, was dramaturgisch gerade gemacht wird, aber wo ich finde, dass die Motivation bei den Charakteren in den Dialogen, wir müssen von A nach B, weil, war manchmal einfach nicht so clear. Du kannst jetzt übrigens sagen, von wo nach wo. Ach so, stimmt. Sorry, jetzt weiß ich jetzt, war ich gerade. Das ist ja ein Spoiler-Talk. Wäre geil, wenn wir jetzt das ganze Spoiler-Video über vergessen zu spoilern einfach und die ganze Zeit so kryptisch reden. Das ist geil. Übrigens noch ganz, ganz dicke Props und großes Dankeschön an den lieben Nico, der uns hier das Rogue One-Poster besorgt hat. We heart you. Das ist ja das einzig Neue in unserem Hintergrund, wofür man Props austeilen könnte. Ja, und an dich dicke Props, weil du das ziemlich geil gebastelt hast. Ist jetzt gut mit Fishing von Komplimenten? Ja, ist jetzt zu spät auch. Mach weiter. Mir ging es nämlich darum, dass ich nie so ganz Kraft habe, jetzt gestern beim ersten Mal gucken, aber es ist halt auch sauschwierig. Du sitzt um neun, äh um neun, um 0.01 Uhr sitzt du im Kino und der Scene-Komplex unserer Wahl macht 45 Minuten Werbung und Trailer davor. Heißt also, wir haben echt so um 20 vor, Viertel vor eins oder so ging der Film erst los. Sprich, wir waren um drei fertig. Ja, wir waren dann um halb vier ungefähr hier und haben eine Review gedreht. Genau, also es war einfach, jo, irgendwann drehst du halt durch und irgendwann kannst du dich auch nicht mehr richtig konzentrieren. Und das war so das Ding, eigentlich ist es ja eine sehr, sehr simple Geschichte. Du hast halt irgendwie so fünf Leute und einen Druiden, die eigentlich ja noch mit ein paar anderen Leuten als Rogue One bezeichnet werden und die Todesstern-Pläne aus dem Archiv in Scarif entführen, sozusagen klauen, stehlen und sie an die Allianz weiterleiten. So, das ist ja im Endeffekt, ist das ja die simple Geschichte, die halt noch darum ergänzt wird, dass Jyn Erso, unsere Heldin, natürlich die Tochter vom Wissenschaftler Galen Erso ist, der sozusagen eine Zündschnur in metaphorischer Hinsicht in den Todesstern gelegt hat, den betreffenden Luftschacht, den wir ja dann aus Episode 4 kennen, durch den die Bombe von Luke dann nachher platziert werden kann, wo ich mir auch so denke, ach Gott, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, ich mache jetzt zuerst das hier fertig. So, okay, darum geht es ja, genau, das ist so sozusagen die simple und irgendwie verkompliziert erzählte Geschichte, was immer noch einer meiner Kritikpunkte ist, denn irgendwann wird ja gesagt, ja hier, ihr müsst gemeinsam mit, also Jyn Erso wird befreit auf Wobani, auf dem, ich sage jetzt mal, Straflagerplaneten, wird sie von Rebellen befreit, unter Führung von Captain Cassian Andor, wird dann nach Yavin 4 gebracht, oder Yavin 4, zur Rebellenallianz, zum geheimen Stützpunkt und dort wird dann gesagt, ja, du bist ja gar nicht Liara Hullick, sondern du bist... Oh, Credits dafür, dass du dir dieses Mal gemerkt hast. Sondern du bist Jyn Erso und du hast doch hier noch Connections zu Saw Gerrera und es gibt einen desertierten Imperiumspiloten, der von Galen Erso, von deinem Vater, eine Nachricht gekriegt hat, die er Saw Gerrera bringt und der ist aber militant und wir sind ja ein bisschen die gemäßigte Rebellion und wir brauchen jetzt dich, um dorthin zu kommen, damit du Zugang zu ihm hast, damit Cassian Andor überprüfen kann, ob diese Nachricht wahr ist. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz dazwischen. Denn, bevor wir jetzt noch wirklich reingehen, gehe ich dann auch mal noch drauf ein, so, weil ich habe den Film auch noch ein zweites Mal gesehen. Meine Frage war einfach nur, warum? Das ist echt so, diese Prämisse haben wir, aber warum wird dann, warum kriegt Cassian Andor den Geheimauftrag, Galen Erso muss getötet werden? So, das war für mich so... Ja, aber da gehen wir ja gleich drauf ein. Nein. Warum gehen wir da gleich drauf ein? Weil es innerhalb unseres Spoiler-Docs ist. Nee, ich will aber auch noch was sagen, denn, bevor du wieder Luft holst, ich habe den Film logischerweise dann auch ein zweites Mal gesehen und kann auch sagen, dass ich zu großen Teilen bei meiner Meinung bleibe. Und ich finde, der Film lichtet sich in seiner Erzählung so ein Stück weit nach dem zweiten Mal. Wenn du weißt, was passiert, wenn du weißt, wie es passiert, dann kannst du alles so auf andere Sachen achten. Antizipieren und dann so, ah, okay, das ist jetzt, das ist jetzt. Und weil wir hatten ja auch so ein paar Dinger, wo wir gesagt haben, warum gehen die jetzt nach Idu und müssen den jetzt töten? Und dann konnten wir da mal ein bisschen mehr drauf achten. Und dann, wie ist das jetzt am Schluss? Und dann konnten wir da mal ein bisschen mehr drauf achten. Deswegen war es jetzt nicht mehr so dramatisch. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass der Film sich bei weitem nicht mehr so lange gezogen hat. Ich habe das bei der Review nur am Schluss kurz erwähnt. Ganz kurz den Bogen zu schlagen zu dem, was ich eben eigentlich sagen wollte. Fangen wir jetzt an. Sorry, dass das jetzt eben, also eigentlich steht das, was ich gerade eben gemacht habe, symptomatisch für Rogue One. Denn was Simples, was ich jetzt sagen wollte, habe ich komplett verkompliziert jetzt reingeballert. Denn ich finde jetzt nach dem zweiten Sichten, werden diese Motivationen, diese Befehle wieder klarer, weil du ein Stück weit mehr drauf achten kannst, wann nochmal der General Traves, heißt er so, der Rebellen-General, der Cassian Endor den geheimen Auftrag gibt, der dann sagt hier, also der Cassian Endor ist ja nicht nur ein ganz normaler Rebellen-Pilot, sondern er ist ja wirklich Rebellen-Geheimdienst sozusagen. Spion, Rebellen-Spion. Also ist er halt auch Assassine. Genau, also wie im Fließtext zu Episode 4. Aber mir war nie so ganz klar, wenn sie ihn halt nach, also mit Jyn Erso und mit K2SO hinschicken nach Jeddah, also nach Jeddah City, um dort halt irgendwie in Kontakt zu treten mit Saw Gerrera, war mir nicht so ganz klar, warum dieser General Cassian gesagt hat, vergiss alles, was da drin im Council gesagt wurde, du musst, oder in dem Mini-Council sozusagen mit Mon Mothma und Bail Organa, du musst ihn umbringen. Du musst Galen Erso umbringen. Und da haben wir ja jetzt nochmal versucht zu rekapitulieren. Wussten die zu dem Zeitpunkt schon, dass Galen Erso als höchster Wissenschaftsoffizier und höchster Verantwortlicher für den Bau des Todessterns, dass der auf Idu ist? Weil auf Idu ist ja diese Küber-Raffinerie. Ja. Wussten die das schon zu dem Moment oder haben sie das erst rausgekriegt über, ne, sie müssen es wissen. Natürlich müssen sie es wissen, weil der desertierte Pilot natürlich von Idu gekommen ist, weil er ja von ihm die Nachricht gekriegt hat. Ja, ja klar, aber das wissen die am Anfang noch nicht. Also als sie das erste Mal auf der Winsin geht es ja nur darum. Als sie sagen, jemand ist desertiert und hat eine Nachricht, wissen sie nicht, dass es Idu ist. Ja, und wenn du den triffst, dann musst du den ausschalten. Es geht ja eigentlich erstmal nur um Verifizierung. Sie sollen hin nach Jetta, um zu verifizieren, okay, die Nachricht ist tatsächlich echt und das ist der Inhalt der Nachricht. Weil eigentlich ist ja schon klar, was die Nachricht ist. Die Nachricht ist, es gibt eine Schwachstelle. Ne, das ist ja auch nicht klar. Das Einzige, was glaube ich gesagt wird, ist, Galen Erso hat sich gemeldet und wir wissen, dass der irgendwie da was bespitzelt hat beim Imperium, aber wir wissen jetzt nicht genau was. Weil Jyn Erso sagt ja später nochmal, ich habe die Nachricht gelesen und alle anderen wissen es nicht. Ja, aber ich glaube, das hatte ich mich nämlich auch die ganze Zeit über gefragt. Das ist jetzt so absurd. Wir haben den Film gerade ein zweites Mal geguckt, aber ich finde, das steht jetzt auch wieder symptomatisch dafür. Ich konnte mir teilweise sauschlecht merken, wer jetzt welches Wissen hat und wer jetzt aus welchem Grund was macht. Es ist wahrscheinlich im Endeffekt plausibel und es ist eine Kausalität gewahrt worden. Aber ich finde, es ist so verkompliziert erzählt, dass du dir manchmal einfach nicht sicher bist und dass du es natürlich auch einfach so hinnehmen könntest. Ja, wahrscheinlich war es so und so, aber ich will mich ja nicht mit einem wahrscheinlich zufrieden gehen. Vielleicht bin ich auch zu dumm, um es jetzt zu checken. Aber ich glaube, dass von Anfang an sogar bekannt war irgendwie, ja, hier kommt eine Geheimbotschaft über eine Schwachstelle des Todessterns. Und das ist schon klar. Und das Einzige, was jetzt eigentlich in der Nachricht relevant ist, ist, es gibt eine Schwachstelle und zwar müsst ihr in der Nähe der Reaktoren eine Bombe platzieren und das könnt ihr nur machen, indem ihr die Pläne vom Todesstern habt. Also wir können jetzt nochmal diskutieren. Was ich nämlich weiß, ist, dieses Gespräch zwischen Jyn Erso und Mon Motma findet statt und es heißt, die bauen gerade eine Superwaffe. Das ist auch das aus dem Trailer, was zwar nicht im Film ist, aber hier Major Weapons Test ist imminent. Und dann heißt es, wir wissen, dass dein Vater beteiligt an dem Bau dieser Pläne ist. Und wir wissen, dass er Kontakt hat zu dem desertierten Piloten. Und jetzt müssen wir verifizieren, ob der Kontakt feindlicher oder friedlicher Natur ist. Und wir brauchen Jyn Erso dicht dafür, um das bei Saw Gerrera zu verifizieren. Das sind, glaube ich, die Informationen. Und dann erfährt Jyn Erso als Einzige, wie es wirklich ist und erzählt dem ganzen Trupp, so ist es. Aber das hat letztlich, hat diese Nachricht eigentlich überhaupt gar keinen Wert für die Geschichte. Was natürlich ein bisschen blöd ist, was mir jetzt gerade auffällt, weil die ja letztlich sowieso nur auf Jyn vertrauen. Ja gut, es hat doch schon einen Wert, weil ja am Schluss, es sind sie ja wieder am großen Rad und dann sagt Jyn, naja, wir haben jetzt nur die Hoffnung. Und die sagen, ja, wir wissen ja nicht, ob der Galen Erso uns jetzt nicht hier betubbt, wie man so schön sagt. Ob er uns dann nicht veräppeln will. Vielleicht will der uns auch einfach nur dahin locken oder so. Und dann sagt Jyn Erso, ja, aber es geht ja um die Hoffnung und wir müssen unsere Chance nutzen und das ist das Ding. Deswegen bin ich ganz klar der Meinung, dass sie zum Anfang nicht wissen, dass es eine Schwachstelle gibt, sondern nur, dass dieser Kontakt hergestellt wird und dass sie hoffen, dass irgendwas, also natürlich hoffen die, die hoffen wahrscheinlich auch, dass Galen Erso sagt, ey, ihr müsst nur Bescheid sagen, ich drücke einen Knopf und dann ist der Todesstern kaputt. So und dann sagt die Rebellion, ey, komm, mach und dann drückt er den Knopf und der Film ist noch fünf Minuten rum. Aber so ist das ja nicht. Aber ich würde sagen, bevor wir uns da jetzt wirklich komplett verhaken, lass uns doch mal ein bisschen chronologischer durchgehen. Ein drittes Mal gucken, um wirklich nochmal nachzuvollziehen, weil das ist wirklich für mich so ein zentrales Problem, ein ganz allgemeines Problem, aber zentral zu meiner Rezeption von Rogue One, dass ich mich wirklich oft genug gefragt habe, wer weiß jetzt gerade was und wer macht jetzt gerade was aus welchem Grund. Und da erinnere mich bitte nachher dran, weil da geht es nämlich auch dieses Ding von Governor Tarkin, der meines Erachtens von seiner Motivation jetzt in Rogue One nicht mehr ganz der Governor Tarkin halt ist aus Episode 4. Und ich finde, der hat jetzt aber keinen Arc, der irgendwie mir plausibel erklären wird. Ja, in Episode 4 macht er dann, also da ist der ja der Ultraüberhebliche. Und jetzt in Rogue One fand ich es halt gar nicht so. Aber gehen wir gleich drüber. Gehen wir gleich drüber. Wir fangen jetzt erstmal wirklich noch ein bisschen chronologischer an, erste Akte und so. Lass uns erst noch gerade drüber reden, über die Eröffnungssequenz. Ich fand ihn jetzt auch übrigens nicht mehr so gehetzt, den ganzen Film. Auch wenn er am Anfang zwischen diesem Ursprungsplaneten, wird der Planet überhaupt genannt, wo sie sind? Nee, der wird im Buch erwähnt. Ul, 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 irgend sowas. Ul, 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 ul. Ja, ja, genau. Und da kann ich ja auch gerade mal ganz kurz einsteigen, denn es gab im Vorhinein zu Rogue One ein Buch, das da hieß Catalyst, auf Deutsch Auslöser einfach nur. Das kommt in Deutschland erst im Mai raus, was völlig bescheuert ist. Das spielt eben auch vor Rogue One und es erzählt quasi die Geschichte von Galen Erso und Orson Granik, die sie schon länger kennen. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber so nebenbei per Hörbuch konzipiert, konsumiert. Und es ist ganz interessant, kann ich sagen. Es hat mich auch so ein bisschen mehr auf den Film gehypt. Aber jetzt einen wirklichen Payoff gab es dann auch wirklich nur im Prolog. Also das war dann auch alles so. Was noch cooler war, war diesen kurzen Flashback, den es gab. Ungefähr, keine Ahnung, glaube ich, im ersten Akt vom Film. Sie schneiden nämlich dann vom Flashback zurück, da wo sie gerade nach Jeddah fliegen. Und da gibt es ja diesen kurzen Flashback, wo die ganze Erso-Familie beisammen ist mit Orson Granik. Und das ist, glaube ich, ich meine es, wie gesagt, ich habe das Buch, weil ich es nur nebenbei per Hörbuch dann konsumiert habe, nicht ganz mehr im Kopf. Aber ich glaube, das war eine direkte Szene aus dem Buch. Das spielte auch auf Coruscant, dem zumindest damaligen, ich glaube, doch zu dem Zeitpunkt war es auch noch das Kapitol der Republik, wo auch noch der Senat saß. Und nur kurz zur Einordnung dann, also es ging dann in dem Buch halt eben darum, dass erst noch die Republik bestand, dann wurde das irgendwann zum Imperium umgeformt. Und Galen Erso hat sich dann von Orson Granik so ein bisschen einschüchtern lassen und so ein bisschen, sage ich mal, hinters Licht führen lassen, was die genaue Arbeitsaufteilung angeht, was er da jetzt macht. Weil er hat die ganze Zeit wirklich gedacht, er forscht für die Republik, für das Gute, für das Imperium, für Energiegewinnung, weil das immer sein großes Ziel war, aus Küberkristallen Energie zu gewinnen. Das finde ich auch cool, diese Umkodierung von Küberkristallen, die ja eigentlich zur Verteidigung sind, durch die Jedi, die die Hüter der Wahrheit und des Friedens sind und jetzt zu einem Aggressionspotenzial quasi. Genau das. Und die Frau von Galen, Lyra, die man auch ja am Anfang von mir sieht, die riecht schon relativ früh da. Ey, das, was da in der Republik mit dem Senat abgeht, das ist doch alles Korruption und dieser Palpatine, der ist doch irgendwie seltsam. Und Mas Ameda ist da sogar noch im Buch. Das ist der komische Blaue, der immer neben Palpatine steht, der ist auch noch im Buch drin. Und dann gibt es sogar eine ziemlich gute Szene in dem Buch. Ich will jetzt gar nicht das Buch zusammenfassen, aber das hat wirklich einen direkten Callback sozusagen, in dem Orson Krennic quasi mit Lyra und Jyn sich unterhält und die sind irgendwie auf dem Spielplatz, auf Coruscant und dann quasi so um die Ecke erpresst und sagt, wenn du jetzt weiterhin Galen irgendwie ins Ohr setzt, dass das, was er macht, vielleicht nicht so gut ist, dann können es für euch alle vielleicht nicht so gut hier ausgehen. Und dann gibt es halt diese Szene und das ist halt ein direkter Callback auf den Moment, wo Lyra im Film zu ihm sagt, wo er erst sagt Orson Krennic ja zu ihr, ja, ihr werdet als Helden des Imperiums mit uns kommen und sie sagt so, nee, als Gefangene des Imperiums und das ist das. Und dass er sie dann letztlich töten lässt, ist nur eine logische Konsequenz aus allem, was im Buch passiert. Ich will nicht sagen, dass das Buch unnötig war. Es war jetzt nicht der Überwissensvorsprung für mich. Es war cool, ich war bei der Anfangsszene emotional involviert. Kann das Buch auch empfehlen so, jetzt vor allem noch nach Rogue One, aber in einem Jahr wird es halt nicht mehr so an Relevanz haben. Das Einzige, was noch cool ist, ist, dass es so wirklich die Prequels und jetzt die Rogue One und die neue Trilogie, die alte Trilogie, so ein bisschen miteinander verzahnt. So, und das sei mal das. So. Saw Gerrera ist übrigens auch noch im Buch. Der hat nämlich den Planeten für die Familie Erso klargemacht, sozusagen. Der hat gesagt, da geht's hin und wenn irgendwas, also das ist quasi das allerletzte. Was er dann auch erklärt, dass sie mit ihm halt diesen Funkkontakt haben. Und das allerletzte, was quasi im Buch passiert, ist, dass Saw Gerrera von diesem Planeten abhebt und sich selbst sagt, oh, hoffentlich geht das gut. So, und dann sieht man halt, wie es geht und es geht nicht gut, genau. So, Prolog ist jetzt mal Feierabend, dann sind wir direkt... Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die junge Darstellerin von Djinn, ob ich die gut finde oder nicht. Also ich finde, die war schrecklich im Deutschen synchronisiert, im Englischen Original geht's voll klar. Im Buch wurde sie übrigens auch immer Stardust schon genannt. Ich hab im Deutschen die ganze Zeit überlegt, wie war's denn jetzt nochmal im Buch? Und als ich dann im OV, klar, Stardust wurde verweist. Wobei halt, also im Deutschen, kleiner Stern geht halt klar. Also lieber kleiner Stern als Sternenstaub. Der einzige Moment, in dem es dann doof ist, ist, dass dieser imperiale Code dann am Schluss, wo es dann kleiner Stern heißt, das wirkt so ein bisschen... Also beim Imperium heißt jetzt der Todesstern kleiner Stern, so... Ja, aber Stardust war schon cooler. Es klingt ein Stück weit verniedlich. Richtig, genau. Das Problem ist halt, dass Stardust ja implizit diese Doppeldeutigkeit hat. So, dass es auf der einen Seite so, ja, Sternenstaub, aber es steht ja auch dafür, weil der Todesstern alles zu Sternenstaub zermalt, sozusagen. Ja, ja, genau. Aber leider nicht zu kleinen Sternen. Ja gut, wir machen jetzt weiter, weil es geht ja dann alles irgendwie relativ schnell Schlag auf Schlag. Jetzt sind wir doch zum ersten Mal auf diesem Handelsaußenposten, wo wir sehen, dass... Ja, der war übrigens der Karas... Ring, 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 der... Der Karasek-Ring. Karasek, ja, genau, genau, der ist es. Das... Da habe ich mir übrigens auch jetzt eben gedacht, dass die ganze Exposition am Anfang, hätte man sich, glaube ich, können auch eine Szene mindestens sparen, weil Jin, die im Knast auf Woboni sitzt, Wobani, völlig unnötig ist, weil sie ist ja letztlich dann auf einem ganz anderen Planeten und da wird sie dann gerettet. Und dann so, ja, komm, hier wird Jin zweimal etabliert und das ist dann auch schon so viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel. Und dann ist nochmal das Ding, was ich mich jetzt auch gefragt habe, was ich aber eigentlich immer okay finde, ich finde so am Anfang vom Film kann man sich immer so ein paar Sachen erlauben, wo man sagt, das ist jetzt eben vorausgesetzt, so muss die Handlung jetzt eben einsteigen, aber der Typ auf diesem komischen Planetengedöns sagt Cassian Endor ja nur, irgendwas mit Galen Erso hat dieser Planet, der Transporter-Captain, also Buddy Rook hat irgendwas mit Galen Erso hat er da gemacht. Ja, da habe ich auch gerade nochmal überlegt, ob da wirklich gesagt wird, dass es eine Schwachstelle gibt bei dem Ding oder ob der, der sagt, glaube ich, nämlich nur, ja, hier ist eine Botschaft übertragen. Ja, aber was ich jetzt sagen wollte ist, das nächste Mal sehen wir dann sowohl Jin woanders als auch Cassian, der auf einmal weiß, wo Jin ist. So, und ich glaube, ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn einfach die ersten Szenen komplett gar nicht mehr da gewesen wären und du fängst direkt an mit Jin, die da ist und Cassian, der sich sofort rettet. Ich finde, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es plausibel, wahrscheinlich gibt es eine Kausalität, aber das war für mich auch so ein Ding, wo ich mir so denke, also ihr wisst, wo Jin Erso ist und ihr wisst, wer Jin Erso, wer Jin Erso ist, weil er dann gesagt hat, ja, Liara Halleck, du bist doch aber eigentlich, given name is Jin Erso und dein Vater ist doch Galen Erso und Galen Erso ist doch der und derjenige, wo ich mir so denke, ihr wusstet das die ganze Zeit. Es ist für mich so null plausibel, jetzt, jetzt zu sagen, wo sie wissen, scheinbar gibt es eine ultimative Waffe und jetzt zu sagen, ah, Ganon Erso, Geheimauftrag, tötet ihn. Was ich, glaube ich, für den Anfang richtig cool gefunden hätte, wenn du halt wirklich, wie gesagt, das, was ich gerade schon gesagt habe, du steigst halt ein, direkt, Jin Erso ist dort und sie wird instant gerettet und dann fragt sie irgendwann in der Rebellion oder sie fragt Cassian Endor im Laufe des Films, sag mal, woher habt ihr eigentlich gewusst, wo ich bin? Und er sagt dann einfach, ah, wir sind saugute Spione. Boom. Du hast halt direkt etabliert, dass sie halt einfach gute Spione sind. Und so ist es halt einfach. Der wird ein bisschen Potenzial verstanden. Ja, ja, genau, so ist es halt einfach so, der ist jetzt da, der erfährt was, dass der Vater von der Person, die er im nächsten Shot rettet, jetzt irgendwas gemacht hat, aber er muss jetzt erstmal die Tochter suchen oder so. Und es ist jetzt nichts Major Schlimmes, so wie ich es gesagt habe, am Anfang vom Film kann man sich mal so Sachen erlauben, dass man halt, irgendwo muss der Film ja einsteigen. Du kannst jetzt nicht für die ganze Welt Setup etablieren und sagen, oh, jetzt hat er noch ein halbes Jahr später. Und der hat die Info von dem und dann ist es so und so rübergegangen, aber ja, sowas hätte auch ein bisschen cooler funktionieren können, als einfach nur, ja, hier habe ich ja einen Kontaktmann, der sonst immer Kontaktmann war und von dem kriege ich das jetzt raus. Was da aber cool ist für diesen Story-Arc von Cassian Endor, dass er den halt einfach umlegt. Ja, ja. Und das ist mir auch heute erst aufgefallen in der zweiten Vorstellung. Ja, und was auch krass ist, Cassian Endor legt ja die, ein paar von der Miliz um, nachher in Jeddah City. Schießt er nämlich ab, weil er sieht, dass derjenige eine Handgranate in der Hand hat. Und ich habe aber diesmal erstmal und zweitmal gucken verstanden, warum er es macht. Weil der die Handgranate in die Nähe von Jinn geworfen hätte und Jinn gestorben wäre. Ja. Wenn er es nicht gemacht hätte. Aber deswegen werden ja nachher Baze, Jirud, Jinn und Cassian festgenommen, weil die sagen, ja, sag das mal dem, der einen unserer Leute abgeschossen hat. Ja. Dann hat es wieder einen Payoff-Moment. Und um da jetzt hinzukommen, ist es dann nämlich so, dass Jinn eingesackt wird und dann gehen sie erstmal nach Yavin. Da habe ich schon ein Easter Egg, denn auf Yavin, wenn sie dann wieder nach Jeddah fliegen, dann gibt es ja diese Unterhaltung, wo wir gerade schon drüber geredet haben mit, ja, wer ist jetzt dein Vater und so. Und das ist auch alles so ein kleines bisschen weird, weil irgendwie so, sie wissen alles, aber irgendwie wissen es dann doch nicht. Und es ist mindestens etwas diskutabel, aber alles noch, ich sage immer so, Anfang vom Film, okay. Ja, aber immer noch steht die Frage im Raum, wie kann es für die Allianz von größerer Notwendigkeit sein, Galen Erso zu töten, anstatt ihn zu entfüllen. Aber das ist ja nicht für die Allianz. Das ist ja nicht für die Allianz. Das ist ja das Ding. Der Typ, der macht auf eigenes... Ja, der Typ macht das auf eigenes... Ja, aber er ist halt ein General auch. Ja klar, aber das soll ja verdeutlichen, da stehen ja am Tisch... Ja, das soll verdeutlichen, dass die natürlich untereinander zerrüstet sind, klar. Ja, das ist dieser Draves, Mon Motma, Bail Organa, Raddus, der Mon Calamari, diese dunkelhäutige Frau und dieser, keine Ahnung, arabische Typ. Ja, und der mit den, wer ist der mit den weißen Haaren? Äh, Jan Dodonna, genau. Das sind ja alles irgendwie verschiedene Zusammenkünfte, so, die von ihrer Bewegung dann zusammen sich geschlossen haben. Und der denkt dann halt, ah ja, das ist jetzt das Richtige und das ist halt der Chef von Cassian Ender und der sagt dann halt so, du machst das jetzt halt einfach. Ja, aber es ist ja auch nicht die... da war es vielleicht blöd formuliert, es ist nicht die Frage, warum sagt die Allianz das, aber warum sagt er das als... Klar, hätte man vielleicht auch können, keine Ahnung, irgendwie hätte man es können begründen, der war mit ihm in der Schule und er hat ihn immer gehänselt. Crazy, ey. Nee, aber keine Ahnung. Den in Urso ist Urso. Also dieser Plotpoint ist halt schon so, das zieht sich aber nachher noch, da reden wir wahrscheinlich nachher noch drüber. Auf jeden Fall, wenn sie dann zu ihrem U-Wing gehen, dessen Design übrigens cool ist, das haben wir schon beide festgestellt. Weißt du, worüber ich rede? Der U-Wing, du hast gerade aufs Handy geguckt. Ach, zum U-Wing, ich habe gerade... Wer ist denn der U-Wing? Ja, ich habe geguckt, wie wir in der Zeit liegen. Zum U-Flügler. Ja, genau. Ja, die U-Flügler fand ich ziemlich cool. Ja, genau. Und dann sieht man so einen großen Shot und dann sieht man die Ghost aus der Animationsserie Star Wars Rebels, die ja zeitlich ziemlich nah da dran spielt und es war schon vorher ganz oft die Frage, wird man irgendwas sehen, wird man irgendwo irgendwas sehen? Und ja, man sieht hier die Ghost, das ist eindeutig die Ghost, würde ich sagen. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Ich sage jetzt auch direkt nicht, dass Leute mich für ein Übergott halten. Ich habe nicht alles von allein entdeckt. Ich habe dann nach dem ersten Mal gucken ein bisschen im Internet gelesen und wusste dann, ah, vielleicht ist hier was und dann habe ich geguckt und mir sind auch ein paar Sachen selber aufgefallen und so ist es nicht, aber wir kommen noch im Laufe des Filmes darauf. Mir ist auch was aufgefallen, aber es war leider falsch. Und nur eine ganz kurze Story dazu. Jedes Mal, wenn ich wusste, dass jetzt vielleicht irgendein Easter Egg kommen kann, ich so, Markus, pass auf, Markus, pass auf, Markus, da! Und dann gucke ich Markus an und er so, ich habe es verpasst. Das war aber echt immer nur so für eine zehntel Sekunde im Bild. Ja, die Ghost auch. Also ich glaube, ganz oben am linken Bild dran. Dann gibt es so einen großen Shot, falls ihr den Film nochmal guckt, könnt ihr mal drauf achten, guckt euch Bilder im Internet an. Dann geht es auf jeden Fall nach Jedha. Und da muss ich sagen, die Jedha-Szenen sind halt echt toll, was halt so diese, sage ich jetzt mal auch, ja, tagesaktuellen Implikationen angehen, Bürgerkrieg, Zivil, Zivil, wow, so. Alter, das fand ich, also, das ist ja jetzt nicht, ähm. Vor allem ganz kurz da nochmal, im Scrolltext steht ja auch, dem Galaktischen Bürgerkrieg, there it is. Ja, also ich meine, klar, die Story ist ja schon von 1977 und Bürgerkrieg gehört, leider, äh, also wie jeder andere Krieg auch, zur menschlichen Historie, äh, Kulturhistorie und wie auch immer, äh, dazu. Aber jetzt mit dieser Aktualität, mit dem, was halt in Aleppo geschieht, krass. Ja, wirklich krass. Also da muss man auch echt sagen, so für FSK-12 oder PG-13 holt Gareth Edwards mit seinem Team alles raus. Ja. Also das ist ja, das ist, du bist im Krieg drin. Immersiver wäre es, wie ich in der Review schon gesagt habe, ähm, nur noch geworden oder gewesen, wenn halt jemand wie Catherine Bigelow das mit Barry Aykroyds, äh, Handheld und, äh, Steadicam-Kamera-Fahrten, äh, erledigt hätte. Äh, aber das ist schon, gerade für einen, also ich meine, The Hurt Locker von Bigelow ist natürlich auch kein Blockbuster, ne? Ähm. Aber für einen Blockbuster ist das schon krass. Ja, wie ich in meiner Review auch gesagt habe, das ist so der, der, der größte, ne, der kleinste gemeinsame, ne, der größte, kleinste gemeinsame Nenner von krasser Kriegsfilm und doch noch irgendwie massenkompatibler Blockbuster, den ich bis jetzt, glaube ich, gesehen habe. Äh, ich habe Pearl Harbor aber nicht gesehen. Weil es ja auch Müll ist, als steriler Müll ist. So, ähm, und, äh, ich fand zum Beispiel auch tatsächlich, also das habe ich, die Theorie habe ich jetzt eben schon aufgestellt, wenn man Laserpistolen, äh, Laser, Laser, die Laserkanonen durch Pistolen ersetzt und die Stormtrooper, die Blaster, genau, und die Sturmtruppen durch echte Militäreinheiten, dann hast du, glaube ich, einen FSK-16-Film. Vor allem, wenn, äh, Baze Malbus einmal auf, äh, Jedha dann wirklich einen absoluten Headshot verteilt. Das ist schon echt so. Ich finde, der ist halt eh so, der, also logischerweise ist das von unseren Figuren, der Berserker, ne, also wenn das Ganze im Mittelalter spielen wird, wäre der derjenige, der mit der Axt oder mit dem Hammer rumläuft. Stimmt, ja. Und, ähm, das ist schon immer ultraheftig, wie er da steht und erst mal zehn Leute auf einmal niedermäht. Also, crazy. Ich habe noch ein Easter Egg gerade, das ich reinschmeißen kann, und zwar, äh, Chirut und Baze gemeinsam sind ja Teil von so einer Extra-Gruppe wieder auf Jedha und die nennen sich die, ich weiß jetzt nicht, wie es aus Deutsch ist, äh, die Guardians of Wills, die Wächter der Wills, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist da das mega Interessante und da habe ich im Kino echt einen kurzen Moment gehabt, wo ich, ah, weil, äh. Und da habe ich auch mal was gewusst, das erkläre ich gleich. Genau, ich erkläre nämlich das, was ich weiß, ähm, zumindest habe ich das, glaube ich, mal vor einem Jahr oder so gelesen, also es kann sein, dass es falsch ist, ich habe jetzt nicht mehr extra nachgeguckt. Die Wills sind, glaube ich, in irgendwie der allerersten Drehbuchfassung von George Lucas, das ist The Star Wars wahrscheinlich damals noch, äh, die Jedi gewesen und waren halt nie Kanon, aber immer mal wieder hat man irgendwie gehört, vielleicht waren sie im alten Kanon, hatten sie da irgendeine Bedeutung, die Guardians of the Wills, aber jetzt ist es wieder da und jetzt haben wir es wieder und, äh, ziemlich cool, finde ich. Und, ähm, Chirrut sagt ja, äh, die Macht der anderen ist mit euch oder möge die Macht der anderen mit euch sein und die Macht der anderen, das war ursprünglich auch eine, äh, Idee, die dann verworfen wurde von George Lucas, weil er hatte immer überlegt, wie nennt man diese Macht jetzt? Nennt man das einfach nur die Macht? Oder wie auch immer, also jetzt auch bei mir, äh, ja, fast ein Jahr mittlerweile her, dass ich da ein Buch dazu gelesen habe über die Ursprünge von Star Wars, ähm, und ursprünglich hieß das scheinbar die Bogan-Macht oder die Bogan-Macht und dann auch die Macht der anderen und dann irgendwann die Macht. Denn, äh, das Buch, das ich da gelesen habe, die Star Wars das Universum erobert hat, äh, äh, da schreibt auch irgendwie der Autor, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, äh, könnt ihr ja selber recherchieren, der sagt, äh, glaube ich, ganz am Schluss in seinem Nachwort, äh, und möge die Macht der anderen immer mit euch sein, weil er sich bei der Danksagung bei vielen anderen halt bedankt. Ja. So. Äh, äh, ich will noch was sagen und zwar, äh, kann man ja dann auch mal wieder so ein bisschen in die, äh, Geschichte reingehen. Was ich nämlich positiv anmerken muss, ist, wie letztlich die ganzen Charaktere, die letztlich die Sache zusammen machen müssen, zusammenfinden. Ja, das ist gut. Finde ich cool, vor allem also mit Buddy Rook, das habe ich, können überhaupt nicht antizipieren, dass der da schon so eine Rolle hat, weißt du, ich hab dann irgendwie gedacht, der wäre vielleicht auch einer von, äh, Saw Gerreras Leuten irgendwie, aber war dann gar nicht so, sondern dann nochmal was anderes und dass Chirrut halt, äh, aufgrund von, äh, Jins, äh, Küber-Kristall, äh, Kette auf sie aufmerksam wird und dann mit ihr Reden schon spürt. Ja, und das dann, äh, später, äh, wieder gecallbackt wird quasi, äh, und sie die dann retten, weil er wieder spürt, das ist wieder diese selbe Person. Das fand ich cool, dass das dann wirklich so zusammengekommen ist. Eigentlich relativ intuitiv hat sich das für mich angefühlt und das fand ich eben cool. Ganz wichtiges Zitat von Chirrut, der sagt nämlich irgendwann, äh, die stärksten Sterne haben, äh, einen Kern aus Küber. Mhm. Ähm, so ungefähr sagt das, ne? Und beim ersten Mal denke ich so, ja, okay, coole Information. Hab ich auch gedacht, genau das. So, und jetzt beim zweiten Mal drehe ich mich zu Marius um und meine so, it's a metaphor. Natürlich, weil sie der kleine Stern ist oder Stardust und natürlich auch ein Herz aus Küber hat im Sinne von ein unzerstörbares Herz, ein unzerstörbaren Willen und dadurch wird es halt zur Metapher. Ja, und dann haben wir noch den Gastauftritt von den zwei Vögeln aus, äh, Episode 4, die in der Kartine war. Ponder Barber und Doktor, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Ivansan oder Ivansan. Ja. Ja, du gefällst mir nicht und ihm gefällst du auch nicht. Das war auch ein sehr großer, kleiner Fanboy-Moment für uns beide. Ja, genau wie die Blue Milk ganz am Anfang. Ja, das stimmt, genau. Die blaue Milk, die steht direkt auf dem Tisch, ja. Ja. Genau, das sind noch so, äh, das hätte ich jetzt zum Beispiel fast vergessen, das Easter Egg. Äh, ja, cool, da hat er noch seinen Arm auch. Da hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht, der kriegt ja seinen Arm abgehauen. Würde ich dann, also ich würde, ich würde fast schon einen Euro drauf wetten, dass innerhalb des nächsten Jahres eine Comic-Reihe rauskommt, in der es drum geht, wie Ponder Barber und Doktor Ivan Zahn, äh, von Jeddah nach Tatooine gekommen sind. Ja, weil die müssen ja innerhalb von diesen, genau, da müssen sie ja weg gewesen sein. Könnte man vielleicht auch noch, ich würde es lesen auf jeden Fall. So, äh, dann geht es weiter natürlich zu, äh, Saw Gerrera und ich finde, dann wird es auch so ein bisschen, äh, weird, also dann, dann, dann überrumpelt die Erzählung sich so teilweise ein bisschen selbst. Dieses seltsame Gedankenwesen. Gelo, oh, Gelo, 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 Bom, Gelo, aber irgendwas mit Gelo oder Gallo, es gibt auf jeden Fall wieder dieses, äh, Monsterwesen, das jetzt, äh. Das seit den Rataren aus Episode 7 zum Usus gehört. Das Tentakelwesen, genau. Und das war irgendwie so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, so ein bisschen weird alles. Ähm, war zwar, es war zwar funny, muss ich sagen, dass sie dann Budi nicht nur durch die Geschichte rennen lassen, sondern ihm dann noch so ein bisschen dieses, äh, Tollpatschige mitgeben, aber letztlich war es dann, wurde es dann auch nicht so ausgespielt, dass er irgendwie verwirrt war. Das Einzige, was noch dabei ist, ist, dass er halt dann am Schluss vor dem Palast steht und dann so hin und her guckt und dann machen sie, äh, komm, renn mit und dann rennt er mit. Deswegen für mich auch potenziell eine Cutscene, vor allem auch, weil ich finde, das ist natürlich jetzt eine mega Geschmackssache, aber ich finde, das, äh, das, äh, das fügt jetzt auch nicht so wirklich was zu diesem Star Wars, zu diesem mythischen Star Wars Ding, was bei der Insta so ein Monster gibt. Ja, man hätte einfach nur sagen können, dass er gefoltert wird, sozusagen, um nochmal zu überprüfen, ob er recht hat oder nicht und am Schluss sitzt er halt ein bisschen verwirrt im Knast. Ja, weil vor allem dieses Monster ja irgendwie die, die Wahrheit aus dir rauslesen kann oder irgendwas und so. Ja, das ist halt echt nur so. Ja, es ist, es ist ein bisschen seltsam. Äh, hier noch, äh, K2SO, äh, sehr, sehr hilariös, finde ich, äh, bei seinem, äh, äh, Auftritt in Jeddah City. In Jeddah, ja. Also, cool droids don't look at explosions. Ja, stimmt. Aber ich muss auch sagen, äh, das ist so, erstens, äh, finde ich, die Tatsache, dass sie sagen, wir haben jetzt einen animated Charakter, den wir mit in den Film nehmen, cool, und auch, dass er dann im Buch noch in Catalyst mit integriert war, cool. Nee, jetzt K2SO. Nee, äh, äh, aus Clone Wars, Saw Gerrera. Ach so, okay, okay. Nee, nee, aber auf K2SO komme ich auch gleich noch. Ähm, aber so wirklich, äh, hätte man das jetzt alles nicht gebraucht. Also, ich habe das Gefühl, das wäre auch alles ohne gegangen und vielleicht ein bisschen unkomplizierter. Also, ich will jetzt nicht den ganzen Film anfangen umzuschreiben, so, aber wenn man jetzt nur mal, also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es da so ein bisschen Elfenbeinturm, äh, im Disney-Zentrum, in der, in der Lucasfilm-Zentrale steht, wo sie dann sagen, wir können das, wir machen das. Aber ich muss sagen, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, aber für mich funktioniert jetzt, weil von Anfang an etabliert wird, Saw Gerrera ist ein Freund der Familie, er hat Jin aufgezogen, es ist logisch, dass, ähm, äh, also, ja, es ist logisch, dass Saw Gerrera eher, weil ja auch Jin potenziell immer noch bei ihm sein könnte und weil er halt die Miliz führt und was auch immer, ist es logisch, den kriegt man irgendwie, den kann man irgendwie kontaktieren, wenn man will. Sonst hätte ja Galen direkt an Jin das Ding schicken können. Ja, ja, klar. Aber jetzt so ein bisschen halt nur so, so, mit ganz geschickt, aber eigentlich relativ geschickt erklärt, ja, Jin, also in der, äh, in der Holo-Nachricht, Jin, ich wusste nicht, ob du schon tot bist oder nicht, so. Und es ist, es gibt ein paar Momente, wo halt irgendwie in einem Satz sowas irgendwie erklärt wird, wo du denkst, ja, ihr stellt diese Behauptung auf, ihr stellt diese, diesen Punkt auf, der, also diesen, diesen Informationspunkt droppt ihr in dem Moment, der geht klar, aber es ist auch nicht das allergeschickteste Writing. Ich sag auch, also ich sag auch gar nicht, dass jetzt Saw Gerrera gar nicht funktioniert in der Geschichte. Ich finde nur, da macht die Geschichte wieder so einen extra Schlenker, den man hätte können vielleicht, dann wäre der Film vielleicht zehn Minuten kürzer gewesen und man hätte können mit ein paar einfachen Kniffs die Geschichte viel straight erhalten können, ohne jetzt nochmal da und da hinzugehen und da und da das machen zu müssen. Der ist halt eine zu große Fülle an Schauplätzen und Charakteren und halt, wie gesagt, dass du manchmal nicht weißt, der jetzt aus welchem Grund was, wie, wo macht. Genau, und dazu noch die, äh, nee, er ist jetzt noch das mit K2SO, bevor ich das vergesse, fand ich nämlich auch, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen halt, das ist halt so sehr bequem geschrieben irgendwie, dass der, der, der soll im Dings bleiben, im Schiff und kommt dann und dann rettet er sie und dann jetzt geh aber auch wieder aufs Schiff zurück, weil du musst uns ja gleich das Leben retten. Ja, es ist natürlich ein Deus Ex Machina im Moment. Ja, ja, klar, Logo, aber ja, es ist ganz cool für den, für den Moment, den es hat, ist es dann cool. Aber immerhin hast du vorher so ein Stück weit Bild ab, äh, weil ja auch gesagt wird, ja, ähm, er ist unhöflich, er haut nämlich immer genau das raus, was er, äh, was er denkt. Und ich, und ich denke mir auch, immerhin war es in der Szene dann letztlich, es war eine, 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 eine coole Szene, so, deswegen verzeihe ich es denen. Wenn es dir was aussagt über die Charaktere oder über die Charakterkonstellationen, geht es ja sowieso voll klar. Genau wie dieses Gespräch dann, was sehr gut war, äh, das Gespräch zwischen Jyn Erso und Saw Gerrera, als er so meinte, äh, in der ganzen Galaxis schweben die Banner des Imperiums über dir, hast du kein Problem damit? Nee, wenn ich, äh, nicht hochgucke, habe ich kein Problem damit. Was natürlich auch so eine Metapher ist im Sinne von, ich erhebe mich. Ja. So, und das, ganz viel zu reden, ja, ja, und, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich noch weitermachen soll. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen wollte, war, nur damit wir es mal wieder gesagt haben, und weil bei Episode 7 jeder drüber geredet hat, und jetzt bei Rogue One irgendwie niemand drüber geredet hat, äh, Wüstenplanet, wir sind in der Stadt, wir haben auf dem Wüstenplanet einen Informanten, wir haben auf dem Wüstenplanet den Mentor unserer Protagonistin, wir haben auf dem Wüstenplaneten sowas wie eine Kantina, wo die Leute am Spielen sind, wo Musik läuft, es ist alles wieder da so, also, es ist nicht so, dass jetzt Rogue One das Rad komplett neu erfindet, und ich bin auch hier wieder dabei und sag, wie bei Episode 7, ich find's nicht so tragisch, ich will's nicht in den nächsten 20 Star Wars Filmen sehen, aber es ist ein cooles Element, sag ich mal, und hier war's jetzt auch nicht so aufdringlich wie in Episode 7, und zu dem Bannermoment, wo ich jetzt auch wieder was dazu sagen will, ist, äh, das sind die Punkte, wo ich sag, das sind, also die Screenwriter, ich will's auch nochmal namentlich nennen, äh, Tony Gilroy, der jetzt noch nachträglich einen Credit für die Nachträges gekriegt hat, äh, Chris Weitz hat's Drehbuch geschrieben, John Noll und Gary Witter, die Story, ähm, und das, das sind eben bei allem Respekt, nicht Lawrence Keston, Drehbuchgott und J.J. Abrams, äh, was ich zum Beispiel an den, an eben genau den, aber Tony Gilroy ist ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt, ha, aber, ja klar, aber der hat in der letzten Zeit auch eher mit sich, für sich, von sich reden gemacht, indem er alle Filme nochmal drüber schreibt, so, vor allem bei Gareth Edwards darf er immer aushelfen, er war ja auch bei Godzilla dabei, und, ähm, es sind eben diese Momente, also es wird etabliert, Jyn, äh, wird gesagt, ey, siehst du die Banner nicht, wenn du nach oben schaust, und Jyn sagt irgendwie, ah ja, nee, ich schau einfach nicht nach oben, und ich vergleiche das mit exakt dem Moment, in dem Rey in Episode 7 gesagt, äh, bekommt von Maskanada, schließt die Augen, Rey schließt die Augen nicht, und am Schluss gibt's einen direkten Callback-Moment, den man gar nicht so direkt rafft. Im Prinzip ein Pay-Off-Moment, Callback und Pay-Off-Moment, ja, genau, in dem Zusammenhang fast das Gleiche, den man im ersten Moment gar nicht so rafft, aber dem, also sie schließt die Augen ja dann, als sie von der Macht erfährt, genau, und das sind so Sachen, das macht einen Charakter einfach komplexer, so schön, wie du es eben gesagt hast, das macht die Geschichte runder, und ich hätte, ich hab beim zweiten Mal jetzt so drauf geachtet und wollte diesen Moment so unbedingt, ich hab den antizipiert und hab gedacht, komm, guck doch einfach mal nach oben, Jyn, und lass es mich wissen, also lass mich wissen, Gareth Edwards, dass du diesen Moment erfasst hast, weil natürlich guckt Jyn Erso mal nach oben irgendwann so, aber es gibt diesen Moment nicht so. Es gibt nicht diesen Symbol-Moment. Genau, diesen symbolischen, diesen metaphorischen Moment, wo Jyn quasi ihre Arc überwunden hat und jetzt nach oben guckt und sich gegen das Imperium stellt. Und das sind eben so Momente, da wird mir das Herz aufgehen, aber das sind die Momente, die kleinen Momente, an denen Rogue One dann doch so ein Stück weit scheitert. So, und jetzt machen wir weiter, weil es geht langsam los. Der Todesstern wird dann nämlich abgefeuert. Zu Tarkin vielleicht noch ein Wort? Ja, genau, das war das Ding. Also Tarkin sieht in 3D digitaler aus als in 2D, war jetzt unsere Ansicht. Du auch? Ja, ein bisschen, wenn wir noch haben. Ja, er geht schon klar, vor allen Dingen diese englische Synchronstimme oder Originalstimme von demjenigen, der ihn gespielt hat. Ja, Guy Henry hat den gespielt. Ist das jetzt auch der Synchronsprecher? Natürlich dieser ultra-britische Akzent wieder, was cool ist, weil man auch die Briten natürlich sehr gut versteht. Ja, da ist das, was ich eben angesprochen habe, wie gesagt, das ist immer so, ja, man kann es auch biegen und brechen, wahrscheinlich plausibel und kausal machen, aber gefühlt war es bei mir jetzt so, aus dem Stehgreif, hätte ich gesagt, ist vom Charakterverhalten her nicht so der Governor Tarkin, den ich aus Episode 4 kenne, weil in Episode 4 hat er so diese Ultra-Überheblichkeit und sagt, ja, keine Ahnung, was soll denn diesem Todesstern überhaupt noch gefährlich werden, was ja kausal keinen Sinn mehr ergibt. Warum sollen wir jetzt kapitulieren im Moment des Triumphs? Im Moment des Triumphs, was ja keinen Sinn mehr ergibt, da er ja seit Rogue One eigentlich ja weiß, die Möglichkeit besteht ja immer noch. Weiß er das? Ja, er weiß ja, dass ein Informationsleck bestand. Okay, das weiß er. Ja, und er weiß, dass ein riesen Informationsleck bestand. Aber er weiß offensichtlich nicht, welches es ist. Ja, das, nein, nein, er weiß nicht welches es ist. Ja, er glaubt ja auch am Schluss, dass er es behoben hat in dem Moment, in dem er sagt, ja, wir werden das Informationsleck schließen, weil wir Scarif dem Erdboden gleich machen, zumindest dieses Archiv. Ja, ja, aber nee, was ich jetzt meine ist, er weiß ja nicht, also, dass es das Informationsleck gibt, klar, aber er weiß ja nicht von der offensichtlichen Schwäche. Ja, das weiß er nicht, aber er weiß ja auch trotzdem noch, dass, weißt du, in ganz Rogue One geht's drum, es gibt ein Informationsleck und scheinbar wurde was von Scarif geklaut, auch wenn er jetzt versucht, alles dem Erdboden gleich zu machen. Und er weiß aber auch, dass Vader das Ding ja nicht gekriegt hat und dass es immer noch unterwegs ist. Also, das ist irgendwie nicht so ganz, ich sag jetzt mal, der vorsichtige Tarkin aus Rogue One, der auch immer wieder sagt, hey, hier, Orson Krennic, chill mal die Nuggets, du hast hier Scheiße gebaut, ist nicht so ganz der Governor Tarkin aus Episode 4. Wo er dieser Governor Tarkin ist, ist in dem Moment, wenn er Orson Krennic quasi sagt, ja, das war ja meine Idee vor vielen Jahren. Das ist wieder sau gut. Das fand ich sehr gut, sehr gut. Das ist richtig gut. Sehr gut, ja, das war nämlich wirklich so, okay, wir haben jetzt, und ich finde, das muss man dann auch mal sagen, auch wenn wir jetzt natürlich uns im Detail und vor allem am Schluss noch beschweren und eine Diskussion führen müssen, finde ich, fügt sich der Film mit der Geschichte, die er erzählen will, echt mega intuitiv in den Kanon ein. Vor allem, weil du halt auch diese... Intuitiv schon, aber auch im Detail wahrscheinlich unmöglich. Ja, unmöglich wahrscheinlich schon, aber vor allem auch die Rebel Spies aus dem Scrolltext, du hast eben genau diese Einheit von Cassian Endor mit dem Typ, der so ein bisschen sich radikalisiert innerhalb der Rebellion, der, wie heißt es jetzt, Raves wahrscheinlich, kann auch sein, dass wir jetzt die ganze Zeit was Falsches sagen. Auf jeden Fall der General, der direkte Vorgesetzte von Cassian. Und das eben genau am Schluss dann, springen wir jetzt kurz, als dann, ja, die Rebellion beschließt, nee, wir greifen jetzt nicht da an, dass dann sich alle Rebellen, alle, die in der Rebellenallianz sind, die quasi sagen, wir haben Scheiße gebaut, wir sehen das jetzt ein und wir sind bereit, uns jetzt ohne Wenn und Aber für diese Rebellion zu opfern und dadurch innerhalb der Rebellion quasi so eine Art Purge stattfindet und dadurch quasi... Dass die nicht direkt dahinter stehen, raus sind. Ja, und dass dann quasi zum Anfang mit Lukes Eintreffen die Rebellion komplett reingewaschen ist von allen Sünden und sie wirklich nur noch dieses Gute... Nur noch die, die Überzeugung haben. Ja, eben, genau. Also das fand ich halt echt gut funktioniert. Da habe ich mir eben auch Gedanken drüber gemacht. Okay, das ist schlau, also da haben sie dann wirklich so... Ja, das stimmt, das muss ich zugeben, war mir jetzt in dem Sinn, also das schwingt natürlich immer ein bisschen mit, aber manchmal muss man es mal aussprechen oder sich fünf Minuten Gedanken drüber machen, um zu raffen, das ist wirklich geschickt. Ja. Weil mich hat es eigentlich die ganze Zeit auch immer so ein bisschen geärgert, jetzt beim ersten und zweiten Mal gucken, dass ich... Aber ich glaube, das ist trotzdem noch ein valid point, weil ich mir gedacht habe, Leute, was... Also... Ihr wisst, was passiert ist. Ihr wisst, was auf Jedha passiert ist. Mit Jedha City. Und jetzt zu sagen, es ist vorbei, wir unterwerfen uns halt... Also ich frage mich so, was haben die, die jetzt quasi raus sind aus der Rebellion, ja, was haben die denn erwartet? Ne, weißt du, was glaube ich, das... Also was... Das ist jetzt auch nochmal... Ich muss nochmal ein bisschen Kanon angeben, weil ich da mittlerweile ein bisschen drin bin und ich bin auch gar nicht... Ich bin wirklich nicht der Freund davon zu sagen, ah, aber da und da wird das so und so erklärt, aber ich will nur mal so ein bisschen Verständnis, ich verstehe den Kritikpunkt und den hatte ich auch so ein bisschen selbst, aber es gibt ja bei Rebels eine Episode mit Prinzessin Leia ein paar und da geht es auch heftig, wirklich ganz heftig darum, dass Leia unter keinen Umständen mit diesen Rebellen gesehen werden darf. Weil sobald sie gesehen wird, wird im Senat eine große Hetzjagd gestartet, sie steht wahrscheinlich unter Todesstrafe und wird direkt aus dem Senat verbannt. Und du musst dir vor Augen führen, dass alle, die gerade um diesen Tisch rumstehen, wahrscheinlich alle noch im Senat sind. Und diese Rebellion ist nur ein Geheimprojekt. Es ist klar, dass diese Rebellion existiert, aber niemand vom Imperium weiß genau, wer ist jetzt genau in dieser Rebellion. Und ich glaube, das war, das wird... Er ist der Paratist. Genau. Das Ding ist, das wird im Film leider nicht rausgearbeitet. Und ich hätte mir gewünscht, dass das rausgearbeitet werden worden wäre. Punkt. Dass eben noch wirklich an einen Mann gebracht wird. Wenn uns, wenn diese ganze Sache ja auffliegt, dann sind wir komplett für einen Eimer. Wenn die rauskriegen, wo unser Rebellenstützpunkt ist, dann werden die, selbst wenn die keinen Todesstern haben, hierher kommen und das Ding niederbrennen, ohne Ende. Und wir dürfen uns jetzt keinen Fehler erlauben. Wenn wir jetzt einfach auf gut Verdacht hin nach Skari fliegen, dann verfolgen die uns und dann wissen die, wo wir sind und dann fliegt die ganze Scheiße ja auf. Also dass quasi diese Fallhöhe für die ganze Rebellenallianz an sich noch gegeben wurde. Und das war so in dem Film nicht ganz so, dass Schwung... Schwang? Schwung? Schwingte. Schwingte? Oh mein Gott. Nee, er schwang mit. Er schwang natürlich so ein bisschen im Subtext mit, aber natürlich ging es dann auch in allererster Linie um die Rebellenspione. Aber verstehst du das so generell, dass das so teilweise meine Kritikpunkte sind, dass ich sage, ihr könntet alles so easy erzählen, so easy geschickt, so entschlackt. Also das ist nämlich auch so das Ding, auch wenn natürlich bei 4, 5 und 6 jetzt nicht alles ultra simpel ist, sondern ja durchaus auch komplex und sehr, sehr clever und ich will jetzt nicht sagen intellektuell, aber du musst ja trotzdem nachdenken, um es zu verstehen, aber das ist alles so, das ist so, ich kann es leichter begreifen. Auch wenn da mal gesagt wird, ja, das war der und der auf Ottmantell, was einfach nur noch so die Welt größer macht, was ja in Ordnung geht, aber es ist nicht so. Übrigens, Ottmantell war ganz, ganz wichtig, weil dort und dort und plötzlich hast du, wir sind jetzt hier auf Ottmantell. Weißt du, wie ich meine, es ist so, macht es nicht so kompliziert. Auch als ich gerade nochmal gesagt habe, die Separatisten, musste ich nochmal an die Prequel-Trilogie denken, wo du teilweise wirklich nicht weißt, wer aus welchem Grund, was, wie, wo macht, wie überhaupt diese Blockade mit der Handelsföderation und so weiter über Naboo und so, was das überhaupt bringt. Du weißt nur, und das ist halt immer so ein Problem, das Problem habe ich auch sehr oft mit irgendwie so Journalismus oder Polit-Thrillern, die nämlich, also ich finde, also ja, man kann nicht sagen, dass du eine Verpflichtung gegenüber deinem Publikum hast, weil es ja auch einfach sein kann. Also ich würde behaupten, ich bin jetzt kein hochintelligenter Mensch, aber ich denke, ein dummer Mensch bin ich auch nicht. Davon bin ich hoffentlich weit entfernt, bin ich mir zumindest mal ein. Aber wenn jemand, der wie ich beispielsweise ein hohes Interesse an Filmen hat und sich wirklich Filme aus sämtlichen Genres anguckt und dann manchmal bei einem Film da sitzt und sagt, ey, ich verstehe zwar, um was es geht auf der Ebene, aber um die Ebene zu raffen, müsste ich den nicht nur zwei-, dreimal gucken, sondern müsste auch jedes Mal auf Pause drücken, damit ich mir das quasi mitschreibe. Was zum Beispiel ja auch bei, da muss ich gerade dran denken, bei True Detective Staffel 2 war das so der Major-Kritikpunkt von allen Kritikern, die gesagt haben, du kannst die Geschichte von True Detective 2 nie im Leben, von der zweiten Staffel nie komplett verstehen, wenn du dir den Scheiß nicht mitschreibst, weil in der ersten Folge in zwei Sekunden jemand gezeigt wird, der in der neunten Folge einen Payoff-Moment kriegt. Also ich war auch nach Folge 2 oder 3 raus, weil ich gesagt habe, boah, find's nicht mehr so geil, so brillant wie Staffel 1, aber das, das finde ich, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, so man hätte doch alles ein Stück weit entschlackter und geraffter erzählen können, wobei es natürlich jetzt ein Blödsinn von mir ist, alles irgendwie, also das sage ich ja auch die ganze Zeit, ne, es ist auch aus dem Stehgreifen einfach so ein Gefühl, das sagt, irgendwie ist es auch sauschwer, diesen ganzen, diesen ganzen Star-Wars-Kanon in jedem Moment zu erfassen. Klar. Weil das, was du mir jetzt gesagt hast, das hilft mir natürlich mega, dass du sagst, ja, die haben jetzt, die, die nicht komplett hinter der Rebellion stehen, für die Allianz kämpfen, haben sie rausgeholt und das sind halt Leute, die wohl auch im Senat noch sitzen, macht es jetzt für mich transparenter. Ja. So, aber vielleicht sind das auch Informationen, die man ein Stück weit mitgeben müsste. Ja, ja, klar, klar. Ich sitze da wirklich und denke so, warum? Also, was ist jetzt, ihr wisst, es gibt das Ding und es gibt das und das und das sind eure Probleme und das ist der Konflikt, aber warum? Es ist echt dieses, wenn so viel Warum mitschwingt, ohne dass ich sagen kann, hey, es ist eine Heldengeschichte und da halte ich mich dran fest und es ist voll geil. So, dann finde ich, machst du ein Stück weit was verkehrt. Ja. Lass uns trotzdem weiter über den Film reden, denn es geht jetzt nach Idu. Und da haben wir wirklich nach dem ersten Mal schauen auch ewig überlegt, warum, was ist letztlich die endgültige Motivation, da hinzugehen. Es hat sich jetzt ganz einfach rausgestellt dann doch, weil eben das Ding ist, sie kriegen raus und da wissen wir immer noch nicht genau, wie. Das könnt ihr tatsächlich mal gerne in die Kommentare schreiben, weil wir es jetzt nach zwei Mal immer noch nicht gereilt haben. Warum oder woher wissen sie, obwohl, nee, klar, wissen sie es von Booty Rook, dass sie nach Idu müssen? Das könnte sein, weil das war nämlich das, was ich ganz eben vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde gemeint habe. Wissen sie es von Booty Rook, weil der natürlich, also ich meine, der ist ja von da, der muss ja von dort sein. Dann muss es wahrscheinlich, aber ich kann mich jetzt nicht von einer spezifischen. Dann müsst eigentlich schon bei dem ersten Moment, wenn sie Jin Erso als Jin Erso identifizieren auf Yavin 4, müssten sie ja schon fast dort, nee, spätestens bei Saw Gerrera, wenn sie Booty Rook halt finden, müssen sie wissen, spätestens dort, hey, Booty Rook, du bist doch dieser Frachterpilot von Idu. Es müsste wahrscheinlich den Moment geben, an den ich mich jetzt nicht erinnere, in dem, wenn sie, wenn Jedha schon in die Luft gejagt ist und sie in den U-Wing steigen, müsste es die Konversation geben und ich glaube, das ist doch auch so. Dann gibt es doch die Konversation. Jin sagt, ich habe die Nachricht gehört, mein Vater lebt, diese Pläne gibt es und die in Schwachstelle gibt es. Und dann müsste doch Booty Rook irgend sowas sagen wie, ja, ja, die sagt doch sogar, ey, du bist die Tochter von Galen Erso, ja, ich bin das. Ja, wer bist du? Bist du der Pilot? Ja, ich bin der Pilot. Und dann das Nächste, was ich weiß, das hätte ich jetzt irgendwie geträumt oder so, das Nächste, was ich weiß, ist, dass Cassian Endor dann mit seinem Chef funkt und er sagt, ey, fliegt nach Idu und du musst den killen. Ja, genau. Genau, also er wiederholt nochmal den Auftrag und sagt, Auftrag trotzdem durchführt. Genau. Und das ist zum Beispiel auch was, was nicht so geil geschrieben, also es ist nicht schlecht geschrieben, aber auch nicht so geil geschrieben, wenn diese Diskussion ist, also das ist immer clever, also das wird auch von Drehbuchautoren, erfahrenen, so Drehbuch-Gurus auch empfohlen, wenn du ein Plothole hast, verweis einfach drauf. Sag, wir kennen unser Plothole, das kann funktionieren, wenn du das machst. Und genau das funktioniert nämlich dort in diesem Dialog, wenn sie dann sagt, hä, warum kann ich jetzt nicht mit? Ja, weil du bist zu wichtig, du musst die Botschaft überbringen. Und dann sagt sie, ja, aber jeder weiß die Botschaft und K2SO wiederholst da nochmal, was ich sehr gut finde. Das ist richtig, das ist super gut geschrieben. Er hat eine Motivation, das in diesem Moment jetzt zu wiederholen, weil gesagt wird, der haut das raus, was ihm durch die Schaltkreise läuft, sozusagen. Und dann sagen die anderen, ja, wir wissen es doch alle. Und dann so, ja, es ist jetzt egal. Dieses, ja, es ist jetzt egal, habe ich mich gefragt, warum hört jetzt Gin Urso auf einem Befehl von jemandem, mit dem sie nachher den Ultra Beef kriegt und wo sie jetzt ja eigentlich auch sagt. Aber eigentlich, das müsste auch nochmal motiviert werden, was es glaube ich nicht ist, aber eigentlich ist es ihr dann letztlich egal, weil sie eh geht. Sie geht ja eh raus. Ja, ist es, genau, aber warum nicht in dem Moment? Weil sie hat ja dann nochmal einen Moment, wo sie wirklich überlegt, gehe ich jetzt? Ja, ich gehe jetzt. Und das ist halt so ein bisschen schwach. Was ich aber cool finde, sind diese, auch wenn Chirrut ist so ein zweischneidiges Schwert, der steht auch ein bisschen symptomatisch für Rogue One, dem würde ich nämlich als Charakter auch eine 7 von 10 geben, sozusagen, weil den finde ich irgendwie ziemlich korrekt. Gerade auch mit so ein paar, also manchmal nervt er mich mit so, I'm one with the force, the force is with me und so, weil er das ja als Mantra predigt, ist ein Stück zu lang und manchmal zu nervig. Aber wenn er sagt, ja, die Macht verdunkelt sich um denjenigen herum, der vorhat zu töten, weil er das natürlich als Blinder spürt und sieht und so, da gibt es ja auch diesen Daredevil-Moment quasi, wenn er auf Jeddah zum ersten Mal mit dem Fuß und mit der Waffe am Abzug und so. Richtig cool. Ja, aber hätte man vielleicht auch manchmal einen Tick besser schreiben können, vor allen Dingen dann wieder der Epic-Fail mit K2SO, wenn er so guckt, warum gehen die denn jetzt alle, wenn Kerstin zurückkommt und ihr seid nicht da, dann lassen wir euch zurück. Danke für die Information. Ja, und da wird vor allem auch, das ist mir direkt aufgefallen, direkt beim allerersten Mal, es wird auch gar nie erklärt, was jetzt nicht tragisch ist, aber es wird nie darauf verwiesen, dass die jetzt diesen Transporter vom Imperium gestohlen haben. Sie haben ihn einfach. Er ist einfach da. Ja, hatte ich beim ersten Mal gucken, hatte ich Probleme damit, beim zweiten Mal habe ich jetzt ein bisschen drauf geachtet. Es gibt einen Moment, wo du siehst, weil die Allianz ja schon den Angriff fliegt auf Eidu, gibt es diesen einen Moment, wo du siehst, wie Bodhi und K2SO rauslaufen mit Gepäck. Ja, oh cool, okay. Den Moment gibt es. Ja, dann lass uns jetzt mit dem weitermachen, was auf Eidu hauptsächlich stattfindet, denn die, ich will nicht sagen Konfrontation, sondern das erneute Zusammentreffen von Vater und Tochter findet statt und natürlich davor noch das Zusammentreffen von Krennic und Galen Erso, was fand ich übrigens ganz gut geplottet war mit Tarkin, der dann sagt, ah hier Galen Erso ist natürlich das Leck oder auf Eidu, da muss das Leck sein und er geht dann hin und dann fragt er das. Das fand ich auch eine gute Szene. Ich fand, das war so die einzige Szene, wo man Krennic mal so richtig einen Action erlebt hat, wo er dann auch so in seinem Element war und nicht von irgendjemandem unterbuttert wurde, weil er halt dieses... Ich fand, der war auch ein ganz guter Antagonist. Fand ich auch, obwohl er jetzt nicht so viel hatte, aber diese Geschichte an sich hat jetzt nicht unbedingt einen Antagonisten gebraucht. Dafür, dass jetzt noch einer da war, fand ich es okay. Im Buch war er teilweise, muss ich jetzt auch wieder Kanin rumgewichse, im Buch war er teilweise schon richtig, richtig furchteinflößend, vor allem eben diese Spielplatzszene. Aber das ist auch so, das war wirklich genau das, was auch im Buch war, dass er halt dieses Irgendeiner von euch hat das gemacht, obwohl er wahrscheinlich genau wusste, dass es Galen sein muss und dann sagt er, ey, er holt ja sogar Galen noch zur Seite, weil er eben ihm signalisieren will, du bist mein Freund, komm. Aber eigentlich, eigentlich habe ich dich schon... Was ich richtig stark finde, ist, wenn Galen sich dann offenbart und er sagt, dann komm zu mir und dann zack, zack. Was ich übrigens, das will ich auch noch erwähnen, diese Death Trooper Einheit. Fand ich saukool, vor allem, weil die nur so primitive Laute von sich stimmen, wie so Maschinen, wie so Tötungsmaschinen. Ich habe nämlich auf Deutsch darauf geachtet, irgendwas zu verstehen und habe gedacht, oh Gott, ich bin wahrscheinlich zu dumm, um es zu verstehen. Ja, fand ich richtig cool. Und auf Englisch war es ja auch gar nicht da mit deutschen Untertiteln versehen. Wie so Primaten, einfach nur so dieses... Richtig krass, hat mich so ein bisschen an den Predator erinnert, so wie ich suche, was ich töten kann, so. Ja, auf jeden Fall treffen sich dann... Der Tooter Chopper. Treffen sich dann Jin und Galen wieder. Und ich muss sagen, da muss ich ihn minimal ein bisschen weiter ausholen. Ich versuche es aber so kurz wie möglich zu halten. In der Trailer-Prognosen-Dingsbums-Video, was ich gemacht habe, war ich ja wirklich der festen Überzeugung davon, der festen Überzeugung, nicht davon, dass dieses Eju-Setpiece das finale Setpiece ist, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass, und da bin ich immer noch bei meiner eigenen Meinung, Galen Erso und Jin Erso zusammen den Film erleben, quasi. Ich wäre davon ausgegangen, dass es die ganze Zeit über eine Parallelmontage, eine Parallelerzählung ist, Galen Erso und Jin Erso. Am Schluss treffen sie zusammen und müssen gemeinsam die Todessternpläne erbeuten. So habe ich gedacht, dass es ist. Deswegen war ich der festen Überzeugung davon, dass das das finale Setpiece ist. Ich habe sogar noch eine Wette mit unserem treuen Abonnenten Josh G. oder so, glaube ich, gehabt in den Kommentaren und kann jetzt sagen, ich habe verloren. Aber ich stehe trotzdem dazu, dass ich sage, ich hätte es besser gefunden, und das bestätigt mich auch in meiner Kritik an dem Film, wenn Galen Erso da nicht schon gestorben wäre. Oder wenn überhaupt dieses Zusammentreffen... Dass das halt kein guter Climax dann ist für den Ark Vater-Tochter. Weil das, was ich gesagt habe und was wir ja gemeinsam, da kann ich dich jetzt wieder ins Boot holen, vor dem Film jetzt noch am zweiten Sichten gesagt haben, wir achten mal so ein bisschen auf das Pacing. Warum kam uns der Film so lang vor? Warum hat er so ein bisschen Rhythmusprobleme gehabt? Warum kamen wir nicht so gut rein? Und ich habe für mich ausgemacht, dadurch, dass der Film natürlich in der ersten Hälfte heftig drauf rumreitet, dass Jyn Erso diese Beziehung mit ihrem Vater hat. Wir haben den Prolog, wir haben diese Konfrontation, dass er noch lebt in der Rebellenbasis. Wir haben das indirekte Gespräch an diesem Beam-Ding. Holo. Holo, danke. Und wir haben das letztliche Zusammentreffen. Und das passiert alles innerhalb der ersten Stunde des Films. Und da hast du schon... Ja, das ist ja auch der erste Höhepunkt dann, wenn Galen stirbt. Ja, eben, aber du hast dann schon quasi in der Film-Dramadogie den Point of No Return, der Punkt, an dem alles kacke ist, der Punkt, nachdem wieder alles besser wird. Und gefühlt ist für Jyn halt der Punkt, wenn ihr Vater stirbt. Aber eigentlich ist es der gar nicht, weil der eigentliche Punkt, an dem alles ganz unten ist, ist der, in dem sie auf der Rebellenbasis sind. Keine Unterstützung. Und keine Unterstützung erhalten. So. Und deswegen fühlt es sich für mich, der Film, so ein bisschen in der Dramaturgie an. So, jetzt ist er auf dem Peak, dann stirbt Galen Erso, dann geht er nochmal runter, dann geht er nochmal hoch und dann geht er nochmal runter und dann kommt das Finale. Und das fand ich sehr irritierend. Und jetzt beim zweiten Mal war es auch sehr offensichtlich für mich. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, dass ich sage, diese ganze Vater-Tochter-Geschichte haben sie jetzt wirklich so ein bisschen Unterwert verkauft. Das hat mir so negativ aufgefallen, weil ich was sehr, sehr positiv dran fand. Und zwar dieses Ding, dass er, glaube ich, im Prolog zu seiner Tochter sagt, du weißt, alles, was ich tue, mache ich, um dich zu beschützen. Und dass er das halt so komplett durchgeballert und durchgezogen hat, fand ich wirklich gut, auch wenn dieses Erklär-Information-Dropping-Holo ultra lang ist. Das ist echt so, ja, und ich vermisse dich deswegen und deswegen. Aber emotional hat es relativ gut funktioniert, so ein paar Widerhaken zu setzen. Dafür, dass es nur nach einer Stunde Aufbau hat, hat das schon ziemlich gut funktioniert. Ja, also das war, das war auch schon gut, wirklich auch mit diesem Holo, was er dann sagt. Und das ist, und ganz ehrlich, ich finde, Jin Erso ist auch ein cooler Charakter. Also die hat halt auch einen Arc, da ist eine Entwicklung drin. Bei Diego Luna als Cassian Endor auch. Also, so sehr ich, lieber Simon, falls du das siehst, wahrscheinlich nicht, aber das war unser Kollege, der die schriftliche Kritik zu Rogue One geschrieben hat. Auf wir sind movies.com. Auf wir sind movies.com, genau. Ich mochte deine Kritik sehr, konnte dir in vielen Punkten zustimmen, aber ich finde nicht, dass die zwei Figuren schwach sind oder fehlbesetzt. Und wir waren auch beide der Meinung, es ist halt ein Kriegsfilm. Also, das kann einfach nicht düsterer und dreckiger sein, weil es schon so düster und dreckig ist, wie es für FSK-12-Verhältnisse überhaupt nur sein kann. Also, wie gesagt, dieser Klimax auf Ido, ein kleiner Widerspruchspunkt bei uns beiden. Ich fand das nicht so gut. Ich fand auch tatsächlich, also ich muss sagen, ohne Saw Gerrera und ohne dieses Ido-Setpiece da in der Mitte, wäre der Film so deutlich entschlackter gewesen. Das hätte man können, natürlich anders lösen und hin und her und wie es so ist. Ich will jetzt nicht den ganzen Film restrukturieren, aber das waren halt mir so Dornen im Augen. Und was ich dann auch noch sagen kann, ist, Akt 1 und Akt 2, wir waren uns auch selber einig darüber, dass wir uns nicht einig sind, wann die ersten und beiden Akte jetzt aufhören und anfangen. Kann auch sein, dass das so ein Film ist, also normalerweise sagt man ja, ja, jeder Film ist genau in drei Akte eingeteilt, aber es gibt natürlich Filme, die auch fünf oder sieben Akte haben. Das Problem ist nur, je mehr Akte du hast, weil ja pro Akt immer ein bedeutender Umschwung stattfinden muss, kann es halt ermüdend wirken, dass du irgendwann sagst, den Umschwung nehme ich jetzt nicht mehr hin. Das ist für mich einfach nur noch repetitiv. Wir haben es jetzt mal so ungefähr zurechtgelegt. Akt 1 endet mit Jeddah, Akt 2 endet, also Akt 3 beginnt dann am Punkt, wo sie beschließen, wir gehen nach Skarif und Skarif ist dann so quasi der letzte Akt. Vielleicht ist auch der letzte Akt erst, tritt erst dann ein, wenn der Typ auf Javin 4 sagt, ich hab da was abgehört. Ich hab auch, weißt du, was ich grad drüber nachgedacht hab, der Moment, in dem sie in die Höhle des Gegners eindringen, ist, glaube ich, normalerweise der erste Punkt in der Heldenreise, wo dann der dritte Akt, also in dem der dritte Akt dann beginnt. Also quasi der Punkt, an dem sie erst anfangen zu infiltrieren. Könnte auch sein, aber das... Ich bin mir grad auch nicht mehr sicher. Du hast ja den Ordeal, der ja eigentlich in der Mitte ist, also diese Todesszene eigentlich immer, was ja höchstwahrscheinlich das mit Ganon Erso sein müsste, und dann hast du ja auch irgendwann nochmal diesen Wayback. Und der Wayback könnte halt einfach auch der Wayback zurück nach Skarif sein. Oder nach Javin. Oder nach Javin, aber das ist halt, ich weiß nicht, ob das reicht als Wayback, weil... Ja, aber es ist immer schwierig, also auch wenn wir jetzt diese zwölf Stationen der Heldenreise sind, zwölf Stationen der Heldenreise kennen, es gibt sie immer auf die eine oder andere Art und Weise. Aber das Schöne an den zwölf Stationen ist ja, dass es nicht unbedingt in derselben Reihenfolge sein müssen, dass es nicht immer alle zwölf sind. Genau, es müssen nicht immer alle zwölf sein, genauso wenig wie immer alle Archetypen da sein müssen. Oder es muss sich auch nicht immer an der Dreiektstruktur halten. Der Film ist einfach ein faszinierendes Medium und man kann es erfassen, aber auch nicht immer in jedweder Komplexität. Genau, und dann noch, was ich erwähnen will, ein starker Moment dann, als sie von Idu zurück nach Javin fliegen und Jin dann quasi die Lage checkt. Cassian wollte ihren Vater ausschalten. Dann gibt es eine super Auseinandersetzung zwischen den beiden. Den Dialog, den haben wir ja beide, glaube ich, auch schon in der Review gelobt. Also zumindest ich habe ihn gelobt. Gibt dem Ganzen, obwohl es echt schwierig ist, weil halt 4, 5 und 6 ja so zwar ultra coole und intelligente Geschichten sind, also zumindest bei Empire Strikes Back, mega clever natürlich. Episode 6 ein bisschen mehr Rip-Off sozusagen und Episode 4 vielleicht noch. Die harmloseste Geschichte. Auch vielleicht ein Stück Hölzern, aber mittlerweile halt so charmant, dass man es halt auch dafür liebt. Aber das sind ja trotzdem clevere Geschichten. Aber das, dann ist irgendwann so, ja, so ultra komplex, dass es halt nicht Gut gegen Böse gibt, sondern diese Ultra-Krauzonen, die ja in der Original-Trilogie vielleicht so ein Stück weit an diesem Vater-Sohn-Verhältnis austariert werden, aber auch erst ab Episode 5 und jetzt hier plötzlich so den ganzen Film ausmachen. Was aber cool war, was wirklich cool war, sozusagen, ja, du befolgst nur Befehle, dann bist du ja genauso wie ein Sturmtruppler. Kannst ja genauso gut sein. Richtig. Und dann hat er nämlich seinen Arc, also Kessian Edward, was er sagt. Weil er auch gesagt hat, seit 6 Jahren mache ich das hier mit, das ist kein Zuckerschlecken so. Genau. Dann geht's, sind wir wieder in Yawin und da muss ich auch sagen, so, also dann kommt ja der große Rund, der große Roundtable kommt ja dann und da muss ich, also da muss ich auch ehrlich sagen, so, gehe ich jetzt nicht 100% konform damit, dass, äh, dass Jin dann wieder diese Ansage machen muss, so, weil es dann doch, also da, der, ich gebe gern zu, dass in den Trailern dieses I Rebell und so und manche Sachen fand ich so ein bisschen cheesy und das war wieder so ein kleines bisschen, wo ich gesagt habe, hat sie das machen muss. Ich hätte es zum Beispiel persönlich geil gefunden, wenn Bail Organa oder, oder Mon Motma, jemand, den wir schon kennen, für diese Werder eingestanden hätte, anstatt jetzt gerade unsere Protagonistin, aber es haut letztlich hin, es ist okay. Wir haben was ganz Wichtiges vergessen, ne? Was denn? Bacta-Tank, Mustafa. Oh, stimmt, genau. Stimmt. Ey, dann lass uns das noch kurz erwähnen. Wie war's denn nochmal genau? Es war so, dass Krennic und Tarkin sich unterhalten. Ja, awesome. Krennic fliegt doch dann in Idu zurück wieder zu Krennic? Ne, zu, zu, Krennic fliegt zurück zu Tarkin. Und er sagt dann, naja, hier, Todesstern ist jetzt mein Projekt und, äh, geh doch zu Lord Vader, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund genau war. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt's diese Szene mit Vader und das ist Mustafa, das ist der Planet, auf dem das große... Das ist die Ebene von Gorgoroth in Mordor, kurz vorm Schicksalsberg Barad-Dur. Das war aber auch wirklich, ich, äh, es war wahrscheinlich bei jedem so, der im Kino gesessen hat und Herr der Ringe einmal gesehen hat, so, oh, guck mal, das ist ja, da fehlt ja ein Auge auf dem großen Turm. Aber, Fun Fact? Fun Fact, äh, der, die, diese Heimat von Darth Vader war schon konzeptionell für Episode 4, 5 oder so angedacht, dass es sowas für, für Vader gibt. Von Ralph McQuarrie. Und es gibt eine Konzeptzeichnung von eben jenem, äh, der hauptsächlich für den visuellen Stil für Star Wars verantwortlich ist, äh, und das ist eine direkte Referenz auf seine Konzeptzeichnung für damals. Und lieber Josh, jetzt haben wir endlich enthüllt, wer ist im Bagdadank? Es ist, also klar, wir haben es ja vorher auch nicht richtig antizipiert, äh, es ist Darth Vader. Das ist aber eine wirklich coole Szene. Das ist eine unendlich coole Szene, wo ich auch sagen muss, okay, Leute, auch wenn ihr jetzt nicht die, ähm, ich sag jetzt mal so, auch wenn ihr jetzt keine Drehbuchautoren auf dem Niveau eines Aaron Sorkin, eines Christopher Nolan, eines, äh, Lawrence Keston oder wie sie alle heißen seid, das habt ihr schon sehr gut geschrieben. Das war schon, äh, ziemlich cool. Und das hat Gareth Edwards auch mit seinem Kameramann sehr gut, äh, audiovisuell umgesetzt. Ja, vor allem, was ich da, da kann ich dann auch nochmal, ich werde jetzt, ich nerde nur im Kanon ab, äh, ich hab auch das Buch noch nicht ganz gelesen, aber die Sith Lords, da spielt zwischen drei und vier, ich glaub fünf Jahre nach Episode drei, und da geht's auch oft noch drum, dass Vader so Flashbacks hat in seiner Zeit als Anakin Skywalker, und es gibt auch ganz, ganz, ganz ekelhafte, spezielle, spezifische Bezeichnungen und Umschreibungen dafür, wie er sich fühlt, wie er fühlt, dass seine Haut immer noch brennt. Und wie sie, er kann quasi mit der Macht hören, wie seine Haut vernarbt und so ein Kram, richtig, richtig weird. Und das spielt dann auch nochmal da rein, wie er dann im Bagdadank sitzt, und ich glaube, es gibt sogar eine Szene, also eine Szene, einen Moment im Buch, als er auch im Bagdadank ist oder als er irgendwie versorgt wird oder so, auch nochmal, äh, nur da kamermäßig. Das ist halt auch so richtig, also erstens mal ganz, ganz unendlich dicke Props ans, äh, Production Team, also Production Design Team von, äh, Rogue One, das sieht phänomenal geil aus. Toll, ja, toll, genau. Äh, äh, und auch dieser Moment dann, Krennic, äh, tritt Vader gegenüber, deswegen ist Darth Vader auch der epischste Antagonist, oder einer der epischsten Antagonisten der Filmgeschichte. Richtig gut gemacht. Ich hab teilweise wirklich, also je länger, je mehr es dem Ende des Films zuging, ich hab teilweise immer wieder, vor allem auch bei Javin, wenn der Typ dann da steht und so, ich hab teilweise, das hat sich wirklich so, ich mein, Episode 7 hat sich angefühlt wie die nach Hause kommen, aber es waren nicht dieselben Orte und hier ist es wirklich so, du siehst das und es ist wirklich so, es sieht genau so aus wie in Episode 4 halt und das ist so krass gewesen, dass ich teilweise echt so Flashbacks hatte und so, das war wie 77 im Kino. Ne, und dann, äh, machen wir weiter, weil ich hab... Der ist ab 80 dabei. Ach, Mist. Ich hab noch ein Easter Egg, denn, äh, in dem Moment als, ähm, Jin dann quasi von K2SO und den anderen erfährt, dass sie bei der Mission dabei sind, wird eine große Durchsage in der Rebellenbasis gemacht, wo dann gesagt wird, das haben wir zum, ich hätt's wieder nicht gehört, aber OMU ist doch für was gut. Ja. Und zwar werden auch alle Durchsagen und so im Untertitel eingeblendet und man hat dann... K5TV wieder ausgesucht. Richtig, das auch. Und dann wird gesagt, äh, Captain Syndulla, bitte irgendwo melden an der Information, bitte oder so. Und, äh, das ist sehr wahrscheinlich... Captain Syndulla, bitte zur Information. Und das ist höchstwahrscheinlich die, äh, Chefin der Rebels Crew, also der Ghost, die, äh, Hera Syndulla, das ist eine Twi'lek, so eine grüne, die, wenn ihr irgendwann mal Rebels geguckt habt, wisst ihr, wen ich meine. Nochmal, ganz, ganz subtil, aber cool. Und dann sieht man auch nachher nochmal Chopper, da kommen wir dann aber auch noch dazu, hoffentlich vergesse ich nicht. Und wir sehen ja auch R2 und 3PO, aber das ist ja jetzt auch nicht, also das erkennt ihr jetzt nicht jeder auch. Genau, Anthony Daniels bleibt der einzige Mensch ever, der jemals in allen Star-Wars-Filmen dabei war. Genau. Äh, der Moment, wo sich dann alle zusammenschließen, auch nochmal cool, haben wir ja eben schon drüber geredet, dass ich als, wie ich dann auch finde, dass das gut in den Kanon eingefügt wird, so im Sinne von... Ja, da hast du, Entschuldigung, nee, mach ich. Ja, ich hab's ja eigentlich schon gesagt, im Sinne von, dass die Bösen in der Rebellion sich jetzt zusammentun, um was Gutes zu erreichen, so. Oder die, die Flawed Heroes, sozusagen. Ja, eben, ja, ja. Ähm, sehr cool, auch dann diese Ansprache von Jyn, äh, hinterher in diesen Transporter, also auch dieses Ding, wie heißen wir denn, Rogue? Rogue One? Rogue One? Fand ich wirklich sehr, sehr lustig, ähm, denn Gone Rogue heißt ja auch, dass man, äh, quasi, ja, auch ein Stück weit auf eigene Faust, wie, sozusagen, desertiert. Na ja, klar, sie sind die Rogue Ones. Ja, sie sind die Schurken jetzt, sie sind diejenigen, die, also, die Schurken, sozusagen, die sich halt den Befehlen widersetzen. Sehr cool. Dann diese Ansprache von Jyn, vor allen Dingen sehr cool, weil man echt so denkt, das könnten jetzt auch Soldaten im Zweiten Weltkrieg, kurz vor der Landung auf der Normandie, in der Normandie sein, am Strand, äh, weil die auch diese Helme so noch offen tragen und... Und gucken alle auf den Boden und alle... Ja, und auch dieser Spruch oder diese Ansage dann von ihr so... Mega gut, mega gut. Und wir nehmen die nächste Chance und die nächste Chance und wir finden einen Weg, um einen Weg zu finden. So was, richtig nice. Mega gut, ja. Richtig, richtig gut geschrieben. Da hat es mir auch echt so ein bisschen die Beine weggezogen, weil vor allem, das wird halt auch nachher im Film wirklich genau so gemacht, weißt du? Es ist dann so, sie wissen nicht, wie sie weiterkommen, dann müssen sie die Scheibe aufschießen, dann müssen sie an das Ding springen. Da hast du den Leap of Faith auch. Stimmt, und da müssen sie immer, immer weitermachen und das auch noch erwähnen, bevor wir das völlig vergessen, weil ich finde, super, super gut. Ich war nie Fan von, dass Episode 4 jetzt A New Hope heißt, für mich ist das immer noch Star Wars oder Krieg der Sterne, aber dass sie quasi dieses eine neue Hoffnung wieder in einen neuen Kontext stellen, weil es eben, also das große drüber gesetzte Thema bei Rogue One ist die ganze Zeit über Hoffnung, weil Cassian Endor sagt Jyn schon am Anfang und das steht ja auch auf den Filmplakaten überall, Rebellions Build on Hope und dann ist es halt am Schluss so, dass Jyn das vor dem Rat sagt, genau, und in der Ansprache sagt sie es auch nochmal, glaube ich, dass irgendwie, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, die Hoffnung stirbt zuletzt, so bla bla bla, das klingt jetzt ein bisschen Plattitüde, aber es ist mega cool. Und der letzte Shot, Hope, natürlich, mit Prinzessin Leia. Da saß ich echt, ich saß so neben Marius und sie wird ja dann gefragt, was ist das, ne? Und ich flüstere, gucke so rüber zu Marius und flüstere so vor mich, Hoffnung. Und dann sagt sie Hoffnung. Und ich so, oh ja! Und ich finde das wirklich, also dass sie das nochmal so minimal in einen neuen Kontext gesetzt haben, super. Und auch dieses übergeordnete Thema Hoffnung in dem Film und auch dieses, wir müssen die Chancen ergreifen. Und ich finde, das ist wirklich, das ist für mich, das habe ich ja, das ist das, was ich in der Review gemeint habe, dieses Kriegs, ja Kriegs-Epos ist jetzt das total falsche Wort, aber dieses, wir müssen das jetzt einfach machen. Und uns bleibt nichts anderes übrig, ne? Wir gehen jetzt auf diesen Skarif-Planeten. Wir wissen, dass wir da zu 95% nicht mehr runterkommen, aber wir ziehen durch. Wir ziehen auf den Tod. Auch eine saugeile Idee mit dieser Schleuse, mit diesem, also richtig, also da auch, ganz ehrlich, dicke Props, ihr habt Ideen. Ihr wollt auch was erzählen und ihr habt coole Ideen und damit hat der Film auch echt seine Daseinsberechtigung, auch wenn das jetzt ein bisschen plump klingt so. Also, aber da hat man wirklich schon Sachen gesehen, die unendlich uninspiriert waren und da war halt, ihr wolltet uns was erzählen und das habt ihr gemacht und das ist cool. Aber, bevor es halt losgeht, äh, bevor es losgeht, ne Moment, ist das erst, ah, jetzt, sorry, jetzt bin ich ganz kurz verwirrt. Wann ist denn dieser Dialog zwischen Motmer und Bail Organa? Lass uns da noch nicht drauf, da bin ich sogar ganz bewusst drum rumgeschifftet. Okay, gut, aber ist der da? Der ist, glaube ich. Direkt nach dem Council oder ist der? Ja, 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 ich glaube schon. Okay, gut. Gut, dann sind ja unsere Leute, äh, unser Heldenteam ist unterwegs nach Scarif. Hilariösester Moment von K2, äh, wenn sie meinen, ja und dann werden wir, äh, im Weltall sterben. Ich nicht. Richtig, richtig. Ich brauch nicht zu atmen. Alan Tudyk, ultra gute Leistung, äh, in der Original-Synchro, äh, da funktionieren sogar die Gags, die im Deutschen nicht so gut funktionieren, weil er es einfach so charmant drüber bringt. Genau. So, und dann, äh, wie gesagt, Scarif, das ist so das klimatisch, klimaktische, mir fällt da so, äh. Klimaktisch, klimatisch ist es dort sehr warm. Ja, das stimmt, das klimatische Battle ist es, genau. Das sieht ja auch schon irgendwie nach, äh, Dubai aus, ne? Stimmt. Und es ist natürlich auch, also ich hab das schon mal im, äh, in dem Trailer-Analyse-Video gesagt, Scarif, Nabe, Scar, und das ist natürlich in die Erde reingenabt und so. Ich dachte, das wäre wegen, äh, Oma Sharif. Könnte natürlich auch sein. Weiß ich aber jetzt nicht, müssen wir vielleicht nochmal nachgucken, genau. Und natürlich auch, äh, die, ja, die, die Doppeldeutigkeit, die da drin ist, das Paradies und die Hölle direkt nebeneinander, sozusagen, klar. Aber da hat man ja im Trailer nicht gedacht, ob es funktioniert, weil es so nach Bacardi-Feeling-Werbung Ja, aber dieses Stormtrooper im Wasser, das sieht man auch nie im Film, ne? Stimmt. Ist nie dabei. Stimmt, ja, ist der Schere zum Opfer. Und, äh, ja, da braucht man jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber zu verlieren, weil der Film, alles, was er in den ersten zwei Akten mega schnell erzählt, muss er so schnell erzählen, damit im dritten Akt, damit es dann nur noch aufs Maul geben kann. Und ich muss sagen, sehr, ich beglückwünsche für die Entscheidung, weil das halt wirklich schon epischer Scheiß ist, so, ne? Ja. Und teilweise muss ich dann sagen, wir gehen jetzt auch nicht hier tot für tot durch. Ich fand, äh, den von Booty Rook am coolsten, weil das einfach so, er macht noch was heldenhaftes. Seinen letzten Satz. Aber jeder hat ja was heldenhaftes. Klar, aber ich fand's hier so eher subtil. Er macht noch was heldenhaftes. Der letzte Satz, den er sagt, ist für Galen. Und dann ist einfach die Bombe da, er guckt, boom, tot. Und bei den anderen beiden war's echt so, ja, also es war schon sehr, mindestens sehr nah am Rande zu Cheesy. Und es hat mir jetzt beim zweiten Mal gucken auch so... Aber bei K2 hat's sehr gut funktioniert. Der als erster steht. Aber da saßen wir, glaube ich, beide gestern in der Mitternachts-Preview und machen so eins von sechs, zwei von sechs, drei von sechs. Und ich hab vor dem Film noch gesagt... Und du guckst mich am Schluss so an. I told you so. I told you so. Everybody's gonna die. Ich hab wirklich vor dem Film noch in beide Richtungen, die neben mir gesessen haben, gefragt, und was denkt ihr? Wie viele Leute sterben? Wie viele Leute sterben? Wer überlebt? Hopp, wird Chin überleben? Wird Chin überleben? Und ich so, ey, hoffentlich sterben alle. Aber ich glaub eh nicht, dass jeder draufgehen würde. Und dann so, oh bitte, das wär so cool, wenn jeder draufgehen würde. Und es ist halt wirklich jeder ohne... Oh, ist ne Dich-Emproduktion. Und das sogar ohne Hintertür draufgegangen. Ich mein, klar, K2SO, aber der ist ja auch in die Luft gejagt worden. Also, da war quasi ne Atombomben-Explosion. Das fand ich übrigens auch sehr beeindruckend, wie die da mit diesem Atombomben-Ding spielen. Crazy. Heftig. Und es ist wirklich, jeder hat den Löffel abgegeben, ohne irgendwelche Hintertürchen. Ohne, dass vielleicht Chin oder so doch noch in den... Geklont wurde. Oder in den Frachter hätte steigen können und wegfliegen oder so. Krass. Ich fand jetzt den gemeinsamen Tod von Chin und Cassian auch grenzwertig, muss ich leider sagen. Ich fand den nicht so cheesy, wie du... Aber weißt du, was richtig geil war, als dieser Admiral am Schluss noch sagt, möge die Macht mit euch sein, Rogue One. Das war cool. Richtig geil, Rado. Rado ist bester Mann. Und was ich auch geil fand, als Chin im Transporter das gebracht hat mit, möge die Macht mit euch sein. Giroud. Giroud dann so... Habe ich ja quasi ihn neben dir mitsynchronisiert. So, endlich hat es jemand gesagt. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Die Macht. Und alles, was so aufs Garif passiert, ist natürlich atemberaubend. Vor allem, als dann, das kann man auch noch erwähnen, als dann die AT-ACTs kommen. Der erste Shot... Ah, das sind andere. Ah, Cargo-Transporter. C ist für Cargo. Die sind größer als die anderen. Sind die deswegen auch leichter zerstörbar? Weil ich mich nämlich gefragt habe, in Empire Strikes Back fliegen ja die Snowball... Snowspeeder, die Angriffe. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sind die Laser von den Snowspeedern einfach nicht gut genug. Kann sein, ja. Und die fliegen dort, weil die mit den Temperaturen besser klarkommen. Aber die X-Wingfighter, die X-Flügler starten ja auch von hohen. Vielleicht können sie aber auch nur starten, weil sonst alles gefriert. Und deswegen müssen die Snowspeeder... Weil ich mich da gefragt habe, warum kommen die nicht durch? Warum lassen sie dann nicht in zwei Minuten wenigstens die X-Wingfighter fliegen? Äh, Ionenkanone. Achtung, ist es nicht Ionenkontrolle? Oder? Ionenkanone? Nee, es ist ja die Kanone. Ah, Ionenkanone. Stimmt, genau. Und der erste Shot von den AT-ACTs ist ein typischer Gareth Edwards-Shot, würde man sagen. So, das erinnert an Monsters und an Godzilla, wie das dann so aus dem Nebel raus... Als du es gesagt hast, so, das sieht ja aus... Und ich so, ja, ja, das sieht aus wie bei Godzilla. Und ansonsten, was kann man noch... Die Bewegung von dem Politiker... Dass er so weckt, muss er nicht. Das ist ja organisch in dem Moment, sozusagen. Und was gibt es noch zu sagen? Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass ich diese Apparatur, diese letztliche Apparatur, wo die Pläne dann waren... Wie notwendig ist die? Ja, eben, ne? Genau das ist es vor allem, was ich mir dann in dem Moment wirklich vor Augen geführt habe. So, die Technik auf dem Todesstern, so. Ich meine, klar, es war 1977 und die hatten kein Geld, aber das ist dann wirklich schon so ultra-high-tech. Und ich meine, es ist wirklich eine coole Idee, aber es hat irgendwie so... Es wirkt so ein bisschen wie Inspector Gadget auf mich, so. Ich habe jetzt hier meine verlängerten Arme und damit mache ich jetzt diese und das. So, wir müssen euch jetzt noch einmal eine Hürde hier hinlegen, weil wir vergessen haben, auf eine Hürde reinzuschreiben. Und jetzt machen wir... Ha! Lustige Griffe! Stimmt, stimmt, ja. Die Kralle. Ja, und... Ja, dann Krennic geht noch drauf. Das fand ich noch nice, dass Krennic dann letztlich nicht gestorben ist durch den Schuss von Cassian. Sondern durch seine eigene Schöpfung. Ja, und dass er dann noch einmal hochguckt und ihn quasi sieht. Und er blickt quasi dem, was er geschaffen hat, in die Augen. Und man könnte vielleicht sogar noch interpretieren, dass er im letzten Moment denkt, oh, vielleicht war es jetzt doch nicht so geil. Vor allem, weil er halt dann deswegen auch drauf geht. Und, ja, was kann man noch am Schluss erwähnen? Ich habe noch ein paar Sachen. Ja, erzähl mal. Und zwar... Oh, lass mich ganz kurz noch. Wenn dann die Rebellenflotte doch ankommt, erstens wird... Gibt es dann den Moment, wo dieser Typ am Controller auf Yavin sitzt und rennt dann Richtung Mon Mothma und sagt, ey, die sind da, wir müssen da hin. Dann sieht man den Rebels-Druiden-Chopper. Ganz kurz im Hintergrund. Ihr müsst, wenn er rausläuft, nach links gucken. Und man hört sogar den Original-Sound, den er macht. Fand ich super cool. Und man sieht dann die Ghost, die quasi auch mit der Rebellenflotte dorthin fliegt. Das sah man sogar schon in irgendeinem Trailer. So. Dann müssen wir dieses Hammer-Hai-Dings... Hammerhead, genau. Die waren in... Oder so. Also das ist das Ding, was den Sternzerstörer dann zur Seite drückt. Cooles Teil. Das war ursprünglich, glaube ich, in Knights of the Old Republic. Dann natürlich nicht mehr Kanon. Dann waren es wieder in den Leia-Episoden von Rebels. Auf jeden Fall in denen. Kann auch sein, dass es noch in anderen war. Und jetzt ist es sozusagen auch Realfilmkanon. Fand ich richtig geil. Das sah so geil aus. Richtig cool. Und auch einen geilen Shot, wenn man, glaube ich, zum ersten Mal den Todesstern sieht, wo man auf, also eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher, wenn man quasi auf so einen Sternzerstörer zufliegt und plötzlich wird der hell erleuchtet. Das ist doch das aus dem Trailer, aus dem allerersten. Das sieht so geil aus. Immer noch. Was ich jetzt aber sagen wollte. Ja, ich weiß, was kommt. Erstens ziemlich, ich glaube noch nicht. Erstens ziemlich cool, ziemlich geschickt eigentlich dann nochmal geschrieben. Muss man auch, es gibt ja so viele Sachen, die ergeben für dich beim Sehen Sinn, aber du musst es kurz rekapitulieren und zu merken, oh, das ist ja echt geschickt geschrieben. Denn wenn sie reinlaufen, Kässchen, Gin und K2, auch ein bisschen seltsam, weil eigentlich hätten sich ja noch zwei andere Leute bei ihnen aus dem Team die Sturmtruppler-Dinger anziehen können, weil sie gehen zu viert rein und kommen zu zweit plus Druide raus, dass da niemand Verdacht schöpft. Scheiß der Hund drauf, ne? Dann noch ganz kurz, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der K2. Nice, richtig nice. Vor allem, dass er auch unterbrochen wird und dann so, hä, was? Ja, richtig nice. Die anderen bringen ja überall die Sprengladungen an und unsere Helden gehen ja dann rein, die drei. Auch wieder ein Classic Star Wars im Moment, Sprengungen anbringen. Genau. Wie in Episode 6, 7 und jetzt auch Rogue One. Ja. Dann hat man so einen richtig geilen Shot auf diesen auch K2-Truiden, also dasselbe Modell, der dann so rumgeht und dann sehen wir unsere Helden, wie sie so wieder entlang kommen. Richtig cooler Shot. Und dann ist ja irgendwie so dieses Problem, ja, wie viele Leute stehen uns denn hier gegenüber? Und wir brauchen eine Karte. Ja, es wird bestimmt irgendwo eine rumliegen. Ja, was ja eigentlich ein Mega-Gag ist, weil du dann im nächsten Shot quasi dann siehst, der kausal daran ja anknüpft. Wie er diesem, ach, dann ist das wahrscheinlich sogar dieser Druide, der in ihm vorbeiläuft. Kann sein, ja. Dann wäre das nämlich der Ultra-Gag. Ja. Dass er dem ja, die liegt bestimmt hier rum und dann läuft er da vorbei und dann bohren sie dem sozusagen in die Daten rein. Liegt bestimmt hier rum, vielleicht auch sogar ein Meta-Gag auf die ganzen Karten für den Todesstern und die Sternen und Luke Skywalker, die einfach immer so irgendwo rumliegen am Anfang vom Film. Vielleicht. Ja. Auf jeden Fall. Dann nimmt er halt dort die Information raus, sagt ja, hier mindestens 89 Leute oder so stehen uns im Weg. Und dann sagen sie ja erst, okay, jetzt Zündung los, damit sie sie alle rausschicken. Genauso wie, wie cool ist das dann, wenn Bodi dann sagt, ja, wir sagen jetzt einfach hier bei uns an der Plattform gäbe es mega Stress und schicken sie dorthin und du sagst dorthin. Stimmt. Ja, super cool. Weil sie dann dieses Chaos ausnutzen. Richtig cool. Und das sind so Momente, wo ich sage, okay, hier erzähl dir eigentlich ganz in kleinen Sachen eine coole Geschichte. Es geht im ersten Moment alles zu schnell. Du raffst ja immer, was passiert. So, ja, hier, Wahrscheinlichkeit, das zu schaffen, 33 Prozent. Und 89 Leute kommen uns entgegen und jetzt macht das aber um, es ist manchmal ultra schwer in einem Film immer die Kausalität zwischen Szenen herzustellen. So, ja, da kommen uns zu viele Leute entgegen. Funkspruch zündet jetzt. Und du siehst, du hast ja keinen Shot, also doch, du hast den Shot, wo alle rauslaufen, aber das sind ja auch nicht alle 89, aber das wird dadurch impliziert. Dass ja nur noch der eine dort sitzt, das ist echt gut. Noch mal ganz kurz mit der Sprengung, man sieht ja das auch noch mal mit Kausalität des Raumes und die Geografie und so. Man sieht ja nur, wo die angebracht werden. Und ich fand die Idee, dass Krennic dann in diesem Übersichtsturm ist. Und dann hörst du diese Detonation, wumm, wumm, wumm und dann siehst du erst nur seine Reaktion und dann guck da raus und dann siehst du, bam, 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 richtig gut visualisiert auch in dem Moment. Und ich glaube, was du, wo du dich jetzt noch ärgern würdest, wenn du es nicht erwähnst, ist mit, wir müssen das Kabel hier reinstecken. Das wollte ich jetzt sogar sagen, genau. Weil, erstens wieder ein Stück weit zu verkompliziert erzählt, ja, wir müssen das Kabel hier rein und dann müssen wir das so und so und so. Wenn du das zum ersten Mal siehst, raffst du überhaupt, wie gesagt, du raffst wieder, was passiert, aber nicht en Detail. Was ja en Detail passiert ist, dass sie sagen, okay, wir können, weil dieses Schutzschild geschlossen wurde, nicht mehr nach außen kommunizieren. Wie können wir kommunizieren? Indem wir über den Coms Tower vom Imperium, weil die können natürlich noch kommunizieren, die werden ja bescheuert, wenn sie sagen, hey, wir machen Schutzschild um unseren Planeten und können selber nicht mehr raus kommunizieren. Das ist nämlich das Ding. Dann muss es nämlich auch oben noch nicht geöffnet sein, sondern sie können dann an diesen Captain Calamari, wie auch immer. Captain Raddus, Admiral Raddus, Admiral Raddus, können sie dann die Botschaft schicken. Aber da stellt sich so eine geringfügige Redundanz ein. Denn dieser Admiral merkt irgendwann, oh, die Systeme sind blockiert, wir können nicht mehr mit unseren Squads kommunizieren, die unten aufs Garif sind, weil der Schutzschild zu ist. Wir müssen diesen Schutzschild wieder zerstören. Die wissen das schon und die einzige Aufgabe von Bodhi besteht darin, dass er sagt, hey, ihr müsst den Schutzschild kaputt machen, sonst können wir nicht richtig miteinander kommunizieren und wir können euch nicht das Datenpaket schicken. sagen, die sind doch alle dort und motiviert, die sind von Yavin 4 aufgebrochen, weil sie jetzt wieder die Hoffnung geschöpft haben und sagen, ja klar, die sind ja auf dem Weg nach Skarif zu diesem Archiv, um die Todessternpläne zu kriegen und dieses Schutzschild ist zu. Wir müssen es aufkriegen, weil wenn die nicht mit uns kommunizieren können, wie wollen die das Datenpaket schicken? Und das ist diese Redundanz, die entsteht, weil eigentlich sagt Bodhi das nur nochmal für uns als Zuschauer, damit wir es begreifen und nicht, weil Admiral Radhus das in dem Moment erst begreift. Der weiß es ja schon vorher, weil er sagt, wir müssen dieses Schutzschild zerstören. Das ist ein Stück weit kompliziert und dann natürlich immer wieder diese kurzen Setbacks mit, ja, hier mit dieser Kralle sozusagen und dann, oh, hier kann ich das ja gar nicht justieren, ich muss rüber über die Brücke laufen und dann von dort justieren. Dann fehlt ja dieser Shot mit dem TIE Fighter, der dort landet. Aber der wurde wahrscheinlich ersetzt durch den Shot, wo der schießt. Der Shot, der der TIE Fighter drauf schießt. Das war gar kein TIE Fighter, das waren diese Kreise mit dieser Zange quasi. Ja, ja, weiß nicht, wie die heißen. Die haben einen Namen, aber ich weiß es nicht. War ich mir nicht sicher, die fand ich irgendwie nicht so cool, muss ich sagen. Ich fand aber die U-Flügler einfach geil, weil die ja dieses U nach vorne und nach hinten, je nachdem, wie die beschleunigen und wie die in der Höhe variieren, fand ich richtig cool, cool. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, dass Mon Mothma und Bail Organa diesen lustigen Dialog führen. Ne, warte, 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 ich muss das durchdrucken. Weil zuerst wollen wir das jetzt abschalten. Also alle sind tot, hat uns alles super gefallen. Ich fand die Space-Schlacht auch klasse mit ganz vielen verschiedenen Flotten. Die Mon Calamari waren dabei, die Gold Leader, Rot 21. Fun Fact, scheinbar stirbt hier derjenige, der sagt, mein Codename ist Rot 5, weil Luke ja nachher den Codenamen Rot 5 übernimmt. Und ich würde auch fast wetten, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ein Shot von Rot 1, also Rot Führer, heißt das Rot Führer? Rot Lieder. Also egal, auf jeden Fall Rot 1. Rot 1, ich glaube, das ist 1 zu 1 aus Episode 4 Footage zusammengeschnitten. Ich glaube, das tatsächlich, aber kann jetzt auch sein. Und von Gold, Gold 1 oder so, glaube ich auch, ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau, die mir dann auch zu schnell die beiden Male. Und was man dann auch noch sagen muss ist, das Imperium, namentlich genannt Tarkin, merkt und kriegt gesagt, es gab einen Einbruch in, ne, Krennic kriegt das, glaube ich, gesagt, es gab einen Einbruch in dieses Lager von unserem Dingspunkt. Und dann sagt er zwei Leute mit mir. Genau, und Tarkin weiß das, kriegt das mit und sagt dann, Todesstern sofort nach Scarif, informiert Lord Vader, der wird sich da drum kümmern. Und dann wird sogar noch kurz adressiert, ah ja, was macht Lord Vader? Und dann, ah ja, Lord Vader wird sich dieses Schiff vorknupfen, das verbleibende Rebellenschiff. Genau, Enter-Trupp zusammenstellen oder sowas. Genau, richtig, genau das. Und, ähm, dann sind quasi alle tot oder so. Und dann können wir mal reden über die Szene, würde ich noch sagen. Willst du nicht über Mohn, 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 Mohn? Ich würde sagen, wir machen das alles zusammen. Okay, gut. Ja, also die Szene ist natürlich wirklich, wenn wieder mit diesem Vader-Thema eigentlich aus, äh, die, äh, die Rache der Sith, oder? Weiß ich gar nicht. Es klingt ja auch so ein bisschen wie Duel of the Fates. Ja, ein bisschen. Immer so mit diesem, oh, 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 oh. So ein bisschen. Aber halt dieser Moment, äh... Wenn er halt reinkommt, äh, auf diesen B-Wing, ist das ein B-Wing? Ne, ist kein B-Wing, es sind diese riesigen Kreuzer-Dings. Dieses Mon Calamari, ist das. Ja, ja, Mon Calamari. Es sind ja keine B-Wing-Falder, es sind diese Transport-Ding, was auch immer, diese, ähm, äh... Kommandoschiffe. Kommandoschiffe, genau. Ich wollte wirklich sagen, so diese Befehlsgewalt, was weiß ich, ne? Und da muss ich aber auch noch ganz kurz sagen, das ist... Aber ne, warte, ich rede gleich erst drüber. Ja, genau. Und dann ist es da drin ja dunkel und die, äh, Rebellen, äh, bereiten sich auf den Angriff vor und alles ist wirklich komplett dunkel. Und man sieht in dem Moment noch, wie grad die Pläne übertragen werden. Tut, 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 tut. Er zieht's raus, rennt weg und in dem Moment wird's dunkel, ja. Ja, so, und wir wussten ja natürlich alle, dass da ein Vader kommt, ne? Und da hab ich auch so gedacht, bitte, bitte einfach. Da hab ich sogar zu dir und gesagt, Lichtschwert. Und dann geht das Lichtschwert an und alles erstrahlt rot und er bewegt sich sogar genauso wie der alte Vader in der Originaltrilogie, was einfach nur ultra, ultra geil ist. Das Einzige, was ich da ein bisschen dran zu kritisieren hab, ja, dieser Rebellentyp hofft natürlich, dass er diese Diskette, äh, selber überbringen kann, aber der hätte ja schon 30 Sekunden vorher das Ding einfach durchwerfen können. Aber da war es echt so, und das haben sie gut geschafft, obwohl wir ja wissen, dass es gelingt, ne? War es echt so, die Kacke ist grad richtig am Darmhund. Total. Es ist so close, so close. Ja, also diese Szene war wirklich, äh, purer Horror fast schon. Ja, richtig geil. Also wie dann wirklich dieses Schwert angeht und er da steht und den, du würdest jetzt sagen, den Rebellen fliegt der Harry sowas von in die Wiese. Ja, das wäre echt so, weil die denken, oh, 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 shit is getting real. Und, äh, krassester Moment ja, äh, das hast du, glaub ich, eben auch nochmal abgefeiert, wo du dir gedacht hast, äh, wow, was passiert, ungefähr vergleichbar mit dem Headshot vom, äh, die Tür. Äh, wenn die Tür, also du hast den Shot, wie er auf den Typ an der Tür, der grad die Diskette abgegeben hat, so zugeht, dann hast du den Shot von innen, wie das Lichtschwert durchgeht und die Tür geht auf und dann so vorbei und er den halt Gott zerschnetzelt hat und du denkst so, oh, fuck, übertrieben. Und das ist ja grandios gelöst für FSK-12. Du zeigst es nicht, aber jedem ist es bewusst in dem Moment. Klar, und dann, äh, tut er da noch ein paar abschlachten und die Rebellen können. Und das ist das, was ich eben meide. Da sind mir die, äh, die, ja, die, die Zusammenhänge der Schiffe nicht hundertprozentig, klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Vader entert das Kommandoschiff. Und warum ist die Tentiv 4? Und wo ist die? Und vor allem, da gibt's einfach eine Tür und dann sind die, du, also das wird wohl so ein Andock-Ding sein. Ja, das ist so eine Schleusentür. Ja, ja, aber das war mir nicht so ganz klar. Auch jetzt nach dem zweiten Mal, wo ich drauf geachtet hab, war mir das nicht ganz klar. Auf jeden Fall kommen die Pläne dann durch und dann, also wirklich, ich war schon bei der Vader-Szene komplett am Ende. Ich hab wirklich gezittert und, oh mein Gott, was passiert, was passiert. Und dann geht diese Tür auf in die Tentiv 4 und dann beginnt diese Originalmusik aus Episode 4 und mir schießen einfach nur noch die Tränen in die Augen. Und ich hab so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist genau da. Ja, da hab ich auch jetzt beim ersten Mal gucken, jetzt bei der Mitternachts-Preview gedacht, oh bitte, bitte, bitte. Und dann siehst du ja diesen Rück-, äh, diesen Backshot von, äh, Leia. Ach, das ist, das ist schon wirklich der Ultra-Hammer. Und auch wenn die, was ist das? Hoffnung. Hoffnung. Haben wir ja schon drüber geredet. Und wir sind uns jetzt auch einig, deswegen, jetzt müssen wir noch einmal den Prolog hinten, Epilog hinten dranhängen. Wir sind uns alle einig drüber, dass diese Szene und vor allem so die letzten 5 Minuten Outstanding sind. Das sind einfach eine, natürlich auch Nostalgie, aus Nostalgie, eine der coolsten, aber auch eigentlich, weil sie cool inszeniert sind, Szenen, die für mich... Weil es auch hochspannend ist. Ja eben, die ich jetzt auch für immer und ewig so im Herzen behalten kann. Und das hat er halt doch geschafft. Lieber Simon, das hast du ja in der Kritik, äh, hat er, glaube ich, geschrieben, dass er findet, äh, es gibt halt kaum was Neues. Gut, wobei er ein Stück weit da recht hat, weil der... Es ist halt ein Moment, der halt mit den Alten funktioniert, so und jetzt nicht mit den Neuen Charakteren. Ne, ich stimme dir sogar ein Stück weit zu, Simon, äh, da hast du, also, weil er ja sagt, äh, sie schaffen es halt nicht so, den ultra denkwürdigen Moment mit den Neuen Charakteren hinzukriegen, sondern dann halt mit den Alten. Falls ihr die Review lesen wollt, ich verlinke sie unten. Genau, unbedingt lesenswert. Absolut. So, und jetzt, äh, kommt aber, doch, hat er, hat er, hat er, ne? Äh, und jetzt kommt das Ding, wo wir beide, äh, vor allem, der Herr zu ihrer Rechten, äh, gestern schon, und, äh, ich hab erst mal verneint und heute dann doch bejaht, äh, zu Recht interveniert hat, weil, ich will jetzt unser Problem aufschlüsseln. Zuerst mal, Leia sagt in Episode 4, dies ist ein Konsularschiff, wir sind auf friedlicher Mission nach Alderaan. Wie kann dieses Schiff mit Leia an Bord auf friedlicher Mission sein, wenn Darth Vader gerade gesehen hat, dass es vom Kriegsschauplatz Scarif geflüchtet ist? Natürlich kann man jetzt sagen, es könnte ja sein, wir wissen ja nicht genau, was zwischen Schiff verlässt Scarif in Lichtgeschwindigkeit und Schiff fliegt über Tatooine passiert. Und wir wollen da auch jetzt gar nicht irgendwie was reininterpretieren, aber ich bin der Meinung ganz persönlich. Wenn uns Rogue One das mit an die Hand gibt, dann müssen die auch irgendwie erklären, wie kam das jetzt zu der Situation in Tatooine. Oder sie lassen es ganz in Ruhe. Oder sie schließen wirklich instant an dieser Szene an. So, weißt du? Und da hat Markus eben diese Theorie entwickelt. Und ich muss jetzt leider recht geben, weil das alles in allem für mich nicht mehr den absoluten Sinn macht. Vor allem, das ist jetzt auch nochmal was, was ganz outstanding ist, aber was macht eine offensichtliche Senatorin, Prinzessin von Alderaan, auf dem Kriegsschiff, Schiffgebiet, Dingsbums, beim Kommandoschiff übers Scarif. Das erschließt sich uns jetzt nicht so. Wir haben es uns halt nochmal so überlegt, weiß ja, und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, Dialog Mon Motma und Bail Organa. Genau, in der Mitte des Films irgendwann. Also ich glaube, es ist entweder direkt nach diesem Council, wo sie sagen, ja, Hoffnung ist verloren, oder es ist nach, äh... Ich glaube, weißt du, wann es glaube ich ist, nach der Szene, wo sie beschließen, also Jin und so, dass sie jetzt wegfliegen. Ja, genau. Und danach ist es, glaube ich. Ja, da ist es, glaube ich, auch. Es könnte nur noch danach sein, wenn sie sagen, äh, hier, ich hab grad was abgehört, äh, äh, so und so, die, die sind jetzt dort... Könnt auch sein, ja. Kann auch dort, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist ja auch wurscht, ist auf jeden Fall, ähm, nach dem, äh, Set-Piece auf, äh, Idu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und die zwei reden miteinander und er meint ja irgendwie Mon Motma so, ja, äh, habt ihr noch, äh, Kontakt zu diesem Jedi, ne? Und dann, ja, der hat mir in den Klonkriegen gedient, ja, die Rede ist von Obi-Wan Kenobi, alles klar. Und dann haben sie jemanden, dem sie vertrauen, äh, der die Pläne dann überbringen kann nach Alderaan. Obwohl das nur impliziert ist, das wird ja nicht wortwörtlich gesagt. Genau, das ist, aber haben sie jemanden, dem sie vertrauen? Ja, ich würde dieser Person mein Leben anvertrauen. Er redet von seiner Adoptivtochter Leia, logischerweise. Und dann geht er ja, Captain Antilles, wir wissen, Reg Antilles ist auch, äh, am Start. MVP der Rebellion. MVP, äh, genau. Also wirklich Most Valuable Player der Rebellion, der in 4, 5 und 6 irgendwie bei den entscheidenden Sachen, äh, wichtig ist. Und trotzdem keine Medaille bekommt. Und trotzdem keine Medaille bekommt, die arme Sau. Ähm, ja. Ähm, pfff. Du hast den Faden gerade verloren, gell? Nee, äh, also auch ein bisschen, aber ich, äh, finde auch, keine Ahnung, ist so ein Stück weit schwierig. Was wird da, was wird da geredet? Was wird da impliziert? Und impliziert der vielleicht sogar in dem Moment, ja, äh, Leia wird jetzt schon auf diesem Schiff sozusagen als, äh, als Hintertürchen auf diesem Kommandoschiff drauf sein. Aber eigentlich ist ja der Typ schon, äh, unterwegs, dieser, äh, Mon, äh, Kalamari. Entweder ist er da schon, äh, unterwegs oder er ist da halt noch nicht unterwegs. Ja, müsste man dann jetzt vielleicht tatsächlich damit zusammenhängen, ne? Also das ist ganz, ganz schwierig, aber die trotzdem so als Hintertürchen in dem Kommandoschiff drin zu haben. Okay, okay, vielleicht können, ich müsste, ich müsste, man müsste den Dialog zwischen Bail Organa und Mon Mottmann nochmal hören, aber vielleicht könnte man es dann sogar, vielleicht sogar motiviert in der Handlung so auslegen, dass Bail Organa damit begründet, ich schicke meine engste Vertraute dorthin, falls diese Todessternpläne wirklich zu uns kommen, ist Leia die, die die haben muss. Die vor Ort sein muss, ja. Und der hab ich gesagt, du musst die jetzt nach Alderaan bringen, zu mir, weil ich bin auf Alderaan. Und wenn die da sind, sind sie in Sicherheit. Was dann wiederum ein bisschen, wieder mit dem Kanon so ein bisschen kollidiert ist, warum, wenn, wenn die Tantive 4 mit Leia am Schluss in Lightspeed geht, warum sind sie dann über Tatooine nicht mehr im Lightspeed. Das sind halt so Sachen. Das Einzige könnte halt, also wir wissen ja nicht, wie das unter Lichtgeschwindigkeit funktioniert, aber dass die die, keine Ahnung, vielleicht ballern sie wirklich zuerst mal irgendwo hin und können nicht den kompletten Sprung bis nach Alderaan machen. Oder der Sternzerstörer, also alle werden überall im Universum informiert, in der Galaxis und denen gehen sie dann sozusagen in die Fänge. Wir wissen es nicht. Das wird auch niemand kausal vernünftig erklären. Und das ist halt eben auch das Problem, das uns jetzt so zurücklässt. Es gibt natürlich zwischen, sie verlassen Skarif mit Lichtgeschwindigkeit und sie kommen in Tatooine an, noch genug Zeit, über Tatooine an, genug Zeit, dass irgendwas passieren kann. Leider, muss man sagen, schafft es Rogue One da für unser beide Verständnis, nicht diese Lücke zu schließen und das plausibel zu erklären. Wäre vielleicht dann cool gewesen, wenn es noch eine Minute länger gegangen wäre, weil da ist schon jetzt so eine narrative Lücke irgendwie und das ist ein bisschen schade. Werder hätte nur einmal was sagen müssen. Wir haben das und das angebracht. Ja, dann wäre es schon ein bisschen vernünftiger. Aber ja, das ist halt letztlich das, was uns da hängen bleibt. Das Ding ist, vielleicht würden jetzt auch einige sagen, ja, die gehen jetzt zu Ben Kenobi. Aber das war halt auch nie das Ziel, weil ja Leia... Ja, da haben wir ja eben nochmal rekapituliert, weil wir echt überlegen können, was war eigentlich das Ziel. Das Ziel ist, Leia bringt das Ding nach Alderaan. Richtig, genau das sagt sie sogar. Wir sind auf diplomatischer Mission nach Alderaan. Und sie gibt ja dann auch diese Diskette R2 mit plus Hologramm-Botschaft und sagt, ihr geht jetzt runter nach Tatooine und ich weiß, also ich kann den Auftrag jetzt nicht mehr ausführen. Wir wurden gekapert. Ich komme jetzt nicht mehr nach Alderaan, aber ihr könnt zu Obi-Wan Kenobi und dann bringt der es halt nach Alderaan. Das ist ja der Plan, also das ist ja die Prämisse. Und vor allem, ihr habt unter meinem Vater in den Klonkriegen gedient und dieser Vater-Bail-Organa braucht jetzt die Pläne. Ja, genau. So ist das ja. Und ja, es ist alles... Ihr kennt euch, ihr vertraut euch so. Genau. Ja, genau. Und es ist alles ein bisschen seltsam. Was man noch sagen kann, ist, dass wahrscheinlich auch irgendwann in dem Zeitraum stattgefunden haben muss, dass Leia von Ben Kenobi erfährt. Also Obi-Wan Kenobi, sie sagt ja, Obi-Wan Kenobi ist halt meine letzte Hoffnung. Wann das jetzt genau passiert, ob das in diesem Zeitraum passiert, who knows. Vielleicht werden wir das noch irgendwie in einem Comic erfahren oder irgend sowas. Wer weiß. Ich finde es wirklich... Ich finde es blöd, das kann ich auch ganz ehrlich so sagen, dass da zwar eine Kontinuität hergestellt wurde, die immer noch nicht so wirklich zerstört ist, auch wenn ich das mit Konsularschiff und friedlicher Mission jetzt ein bisschen doof finde. Aber es funktioniert noch so. Es könnte ja, rein theoretisch könnte man sogar in einen Comic, der dazwischen spielt, schreiben, dass sie das Schiff noch gewechselt haben. Das ist jetzt... Sie saßen gerade, die... Und der Tette F3. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann ist es auf einmal die Tette F4. Also, ja, keine Ahnung. Das Ding ist, wir haben ja auch noch nicht R2 und 3PO auf dem Schiff gesehen. Ja, das muss dann auch noch passieren. Also, was wahrscheinlich auf der Rebellenbasis passiert ist, war, dass Bail Organa mitbekommen hat, oh, es ist so und so. Und hat dann gesagt, Leia, wo auch immer die dann gerade zu dem Zeitpunkt ist. Oh, weißt du, was sein könnte? Es war vielleicht wirklich nicht die Tette F4. Und die sind halt nochmal irgendwo hin zum... Ne, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, wo sollen sie hin, außer nach Aldera. Ja, ob sie nochmal zum Rebellenstützpunkten, zum Tanken sind, haben R2 und 3PO aufgeladen. Und vielleicht haben sie wirklich das Schiff gewechselt. Und es ist einfach nur so ein Fahndungsding raus nach einem Tentiff-Modell. Kann auch sein. Aber das ist jetzt, wie gesagt, alles Spekulation und schade. Aber was noch schade-rarrararararara ist, dass dieses Video jetzt beendet ist. Genau. Denn wir haben Rogue One komplett besprochen. Ich glaube jetzt auch wirklich irgendwie alle Easter Eggs, die wir erkannt haben, es gibt wahrscheinlich insgesamt 5.000, davon haben wir 1.000 erkannt und nur 500 jetzt gerade erwähnt. Oder so in der Art. In zwei im Sinn. Genau. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Beteiligt euch zahlreich in den Kommentaren an unseren Spekulationen an euren, mit euren Gedanken zu diesem Film. Das war's von uns. Auf Wiedersehen. Tschüss, ciao und jo, das war's. Tschüss. Ciao.